Wir haben hier gleich zu Anfang eine Zusammenfassung von eineinhalb Jahren Lesereise gesehen. Ein turbulentes Jahr liegt hinter dir. Was spürst du oder was kommt dir durch den Sinn, wenn du diese Bilder nach dem Schnelldrucklauf siehst? Ja, erstmal herzlich willkommen München. Ich freue mich unglaublich hier zu sein. Lange ist es her, dass ich viel mit München zu tun hatte. Nämlich, das war mein ehemaliges Verkaufsgebiet. Damals, 2011 bis 2013, habe ich im Gebiet Autofruch München gearbeitet. Deswegen freue ich mich sehr, hier in München mal heute wieder zu Gast zu sein. Ja, was geht mir durch den Kopf, wenn ich all diese Bilder in diesem Schnelldurchlauf sehe? Da ist eine Menge passiert im letzten Jahr, mit dem ich auch gar nicht so gerechnet hatte, als ich dieses Buch auf den Markt gebracht habe. Letztendlich bin ich ja angetreten, um Menschen zu helfen. Man weiß aber ja nicht, wenn man ein Buch rauskommt, wie viele Leute nehmen das an oder wie kommt so ein Buch an. Und das ist schon, das habe ich ja alles aus eigener Kraft letztendlich aus dem Boden gestampft. Und jede Lesung habe ich selbst terminiert. Also ich habe ja jetzt, ich habe ja das im Eigenverlag rausgebracht. Sprich, ich habe nicht nur das ganze Projekt finanziert, sondern auch alles konzipiert. Alles, den ganzen Marketingstrategieplan erarbeitet und letztendlich jede Lesung selbst organisiert. Und ja, so ein bisschen Stolz ist schon auch dabei. Aber ich freue mich einfach, dass ich so unglaublich viele unterschiedliche Begegnungen in diesem Jahr hatte. Und im Prinzip so viele Stigmatas abbauen konnte auf dieser Welt. Weil darum geht es mir ja. Und dass ich Mut und Zuversicht in diese Welt hinaustragen kann. Wie reagieren die Menschen auf das Buch? Welche Rückmeldungen bekommen Sie? Also ich bekomme durch die Bank weg sehr positives Feedback. Also ich glaube, unter all den Feedbacks, die ich bekommen habe, waren zwei, drei nicht so positive Feedbacks. Gut, aber das haben die gestört. Ich glaube, die haben meine Person als solches gestört. Aber niemand hat 100% Zustimmung auf der Welt. Nicht mal Jesus hatte das. Auch der hatte einen Jünger, der nicht wohlgesonnen war. Nein, also letztendlich, man kann es ja nie allen recht machen. Ich bin aber auch nie angetreten, um er über das Darlehen zu sein. Und all die anderen positiven Stimmen, also wenn auf einer Buchlesung jemand zu einem hinkommt und sagt, Thorsten, ich bin weder schwul noch bipolar noch HIV-positiv. Dennoch hat mir das Lesen deines Buches so viel weitergeholfen. Denn im Grunde vermittelst du eine Haltung, die man mit Problementlegungen geht. Das ist schon ein immenses Kompliment, was man bekommt. Dann hat mich eine Frau angeschrieben, die gerade selbst in einer psychischen Klinik war. Oder zu dem Zeitpunkt gewesen ist. Und hat mich gebeten, ob ich hier fünf Bücher zuschicken könnte. Mit besonderen Widmungen. Denn sie wollte diese Bücher an ihre beiden Töchter, an ihre Schwester und an zwei Freundinnen versenden. Damit sie mehr Verständnis in ihrem eigenen Lebensumfeld bekommt. Weil sie sich so sehr in meiner Geschichte wiedergefunden hat, selbst. Auch das war ein Riesenkompliment. Dann hat mich ein HIV-positiver Lehrer kontaktiert, aus dem Umgang von Stuttgart, der sich gedankt hat, dass ich diesen Mut habe, diese Geschichte zu erzählen. Weil er einfach sagte, genau Menschen wie dich braucht es, die ihre Geschichte erzählen, auch dass in der Gesellschaft ein Umdenken stattfindet. Er in seinem Leben könnte das nicht. Aber er wäre so dankbar, dass es Menschen wie mich gibt. Der hat mich dann zwei Tage später kontaktiert und gesagt, jetzt hätte er sich noch den Podcast der Deutschen Exilfe angehört. Selbstverständlich positiv, wo ich ja auch eine Folge gesprochen hätte. Und das sei ja auch so wunderbar gewesen wie mein Buch. Und die mit Abstand beeindruckendste Begegnung, die ich hatte, war in Stuttgart. Da ist jemand auf mich zugekommen. Im Rubens der Schwulen war Stuttgart. Und sagte, Thorsten, ich bin so dankbar, dass ich dich hier treffe. Ich muss mit dir jetzt unter vier Augen sprechen. Also ich möchte nicht viel zu dieser Person sagen, außer dass sie in einem sehr konservativen Umfeld lebt. Und diese Person war sehr schwer krank, war im Krankenhaus auf der Intensivstation. Dann wurde HIV diagnostiziert. Dann hat er mir erklärt, dass sein Verlob dann ihn damit impliziert hat, weil der ihm den gefälschten HIV-Test untergeschoben hat. Auch Modesten hatte er in der Beziehung aufs Kondom verzichtet. Und er wusste überhaupt nicht mehr, wie er sein Leben bedarfstelligen soll, wie er all das unter diesen konservativen Hut seines Lebens kriegen soll. Und er wollte sich umbringen. Und dann hat er mein Buch in die Hände bekommen und hat es angefangen zu lesen. Und stand dann vor mir und sagte, Thorsten, dein Buch ist mit so einem Willen zum Leben geschrieben. Und ich kann gar nicht anders, als vor dir zu stehen, Danke zu sagen, denn dein Buch hat mein Leben gerettet. Wunderbar. Wunderbare Sache, die du da erzählst. Weil wir sind ja hier auch unter der Lage der Prävention. Dafür habe ich dich ja eingeladen. Es geht auch um Prävention, um Stigmatisierungsabbau. Und ich muss gestehen, ich fand das Buch unglaublich spannend. Also ich konnte dann gar nicht aufhören zu lesen. Man will immer wissen, wie es weitergeht. Diese Achterbahnen der Gefühle, der Geschehnisse, die spannend sind. Was kommt jetzt als nächstes? Eine unglaublich turbulente Zeit, hast du da geschildert. Turbulente Jahre, schwierige Jahre, aber auch mit sehr viel Emphase und Plänen. Und da kommen wir später noch drauf. Du bist ja geboren 1980 in Dissen. Sehr behütet, aufgewachsen. Eigentlich eine gesunde Familie, wie man immer so schön sagt. Geschwister, stabiles Elternhaus. Wie kamst du überhaupt in so einen Strudel rein? Du meinst jetzt den Strudel der psychischen Erkrankung? Alles. Alles. Weil man ja wirklich immer wieder, du blickst immer wieder zurück auf diese stabile Familie. Auf diesen Rückhalt der Eltern, die dir ja auch im Studium sehr geholfen haben. Du hast dir eine sehr konservative Laufbahn erst mal angestrebt. Jura-Studium, erstes Staatsexamen. Dann hast du deinen Weg geändert, deine Pläne. Bist erfolgreich verkauft gewesen, Vertrieb. Du hast da sehr, ja, sehr gut, warst sehr gut allibiert. Und plötzlich wurde alles zu viel. So habe ich das verstanden. Also es kam immer weiter. Der Erfolg ging weiter. Die Anforderungen gingen weiter. Und dann kamen wieder neue Pläne dazu. Auf einmal wolltest du einen Nachdruck eröffnen. Und in diesem Zusammenhang wurde eine Versicherungsfrage auf den Tisch gelegt. Wo ein HIV-Test gemacht wurde. Wie war das damals? Ja, wie war das damals? Also in der Tat ist es ja richtig. Ich bin sehr, sehr behütet in Norddeutschland aufgewachsen. 7000 Einwohnerort. Christliches Privatgymnasium. Also die heile, heile, überheile Welt. Ich habe mich auch zu Schulzeiten nicht geoutet. Also ich habe mich letztendlich erst mit 23 Jahren geoutet. Und so wenig HIV ein Drama für meine Eltern witzigerweise gewesen ist, da haben sie nur noch Sorge, dass ich sterben könnte. So groß war das Drama aber schon, als ich kundgetan habe, dass ich schwul bin. Also da war halt eher so das Statement, oh Gott, was sollen die Nachbarn sagen? Und wieso musstest du das deinen Schulfreundinnen sagen? Du lebst weit weg in Tübingen. Wir müssen mit der Schande leben. Also da sind schon auch Sätze gefallen, die nicht so schön waren. Und dieser Stude als solches, ja gut, man ist jung, man hält sich für ein Eifertier. Man will höher, schneller weiter streben. Man will Karriere machen. Das juristische Staatsexamen habe ich bestanden, aber nicht mit einer Note, wie ich es gerne gehabt hätte. Ich wollte immer Richter oder Staatsanwalt werden. Ich wollte nie in die Verlegenheit kommen, als Anwalt jemanden vertreten zu müssen, weil ich das Geld benötige. Ich wollte letztendlich für mehr Gerechtigkeit auf der Welt sorgen. Und da war meine Note im Staatsexamen aber nicht gut genug. Und demnach bin ich dann halt, habe ich dann halt meinen Lebensweg geändert, auch zum Leidwesen meiner Eltern. Und habe das gemacht, was ich neben dem Studium schon sehr gut konnte, und zwar Luxusgüfte. Und das konnte ich sehr, sehr gut. Und bin da auch in rasanter Geschwindigkeit von der Counterleitung zum Gebietsverkaufsleiter aufgestiegen. Und habe das Gebiet Augsburg-München betreut. Das waren 100 Parfümerien zwischen Schwäbisch Hall und Oberstaufen-Füssen rüber, bis nach Garnsch, über München, nach Ingolstadt. Also ich hatte den westlichen Teil Münchens. Und dann das schöne Bayern mit dem Starnberger See, Monau am Staffelsee, das Allgäu. Also ich hatte ein wirklich richtig schönes Gebiet und das lief auch alles sehr, sehr gut. Und dann wurde die Kollegin in Nürnberg Mutter und ich durfte 45 Geschäfte von ihr mitbetreuen. Für 3,5 Jahre in Würzburg, Regensburg, Bamberg und Nürnberg. Und das schraubte meine Arbeitszeit auf 80 Stunden pro Woche hoch. Und ja, das ist halt dann das Problem. Das war zu viel. Und dann hat sich alles so in meinem Kopf verschoben. Weil dann kriegte ich diese sensationelle Idee, dass ich in Augsburg einen Nachtclub eröffnen wollte. Für die oberen 10.000, die mir das müde waren, immer für eine Party nach München fahren zu wollen. War das geplant zusätzlich zu deiner Tätigkeit oder anstatt der? Zusätzlich selbstverständlich. Also ich wollte ja alles. Und das sollte ja auch erst der Anfang sein. Also normalerweise erkläre ich diese Manie erst in den späteren Zeiten. Aber ich erkläre das jetzt, weil es jetzt passt. Also bei mir ist ja letztendlich dann irgendwann mal eine vipolare Störung diagnostiziert worden. Und das ist medizinisch gesprochene Neurotransmitterstörung im Gehirn. Der Dopamin- und Serotoninhaushalt funktioniert nicht mehr richtig. Allerdings bricht das nur bei Menschen aus, die das genetisch veranlagt haben. Man muss eine genetische Veranlagung haben. Ich habe das von meiner Oma mütterlicherseits, aber das habe ich nicht gewusst, dass das in mir schlimm hat. Und es wird davon ausgegangen, dass der Ausbruch mit der Überschreitung einer persönlichen Stresskante zusammenhängt. Und bei mir war halt neun Monate, 80 Stunden Arbeit pro Woche die persönliche Stresskante, die ich überschritten habe. Ja, und dann begann der Karneval der Synapsen. Und dann war halt diese grandiose Idee mit Nachtclub. Und ich habe da viele Ideen gehabt und nichts wirklich zu Ende gedacht. Weil letztendlich muss man sich das so vorstellen, manisch-depressiv, das ist bipolare Störung. Manisch-depressiv, das sind zwei Pole. Manie ist ganz oben, Depression ganz unten kann man sich vielleicht noch besser vorstellen. Eine Manie ist fast gar nicht zu beschreiben für jemanden, der das nicht erlebt hat. Ich versuche das immer so zu beschreiben, dass häufig einhergeht, dieser Realität, der Lust zum Geld. Dann, normalerweise hat man so einen nötigen Respekt und eine Distanz zum Menschen. Also ein LKB hat ja auch so Abstandshalter, dass ihn dann niemand so in diese Sicherheitssphäre reitet. Den hat ein manischer Mensch, sogenannten Menschen nicht mehr sonderlich. Und man hat tausend Ideen, die in den Kopf kommen. Man fängt an, das eine umzusetzen, dann macht man das zweite oder das fünfte weiter von den Ideen, springt wieder zurück. Dann kommen nochmal tausend Ideen, im Prinzip der im Kopf platzt fast voller Ideen und man setzt gar nichts richtig um. Also es funktioniert nichts mehr so richtig, weil man nicht wirklich so auf seinen Kopf so richtig zugreifen kann. Hinzu kommt erschwerend, dass man aber immer im Recht ist. Also egal, was alle anderen sagen, man selbst hat Recht. Es ist nicht ein Geisterfahrer, sondern hunderte von Geisterfahrern. Und auch wenn die Liste der verbrannten Erde immer länger wird, man hat trotzdem Recht. Also man ist ein hoch anstrengender Mensch für sein Umfeld. Also das ist definitiv Fakt. Es ist ja so, dass es Momente im Leben gibt, eigentlich fast von jedem Menschen, wo sich irgendwas ändert, wo ein Geschehen ist, da ist und Sachen wie im Schalter umgestellt werden. Es gab mal vor fast 15 Jahren, hat der zwischenverstorbene Dr. Wilhelmsen ein interessantes Buch geschrieben, das heißt Der Knacks. Und in diesem Buch Der Knacks heißt es, dass fast in jedem Leben ein Moment gibt, von dem aus schrittweise und schleichend sich Dinge völlig verändern. Und dass danach eigentlich nie mehr so was war wie vorher. Ja, also da kommen Prozesse in Gang, das können Altersprozesse sein, das kann ein Tod eines geliebten Menschen sein, das kann aber auch eine Erkrankung sein. Das kann vielleicht ein Abschluss sein, ein Studium, den man nicht schafft und dann einen anderen Weg einschlägt. Hattest du das Gefühl, weil du sagst jetzt, es kam die Überanstrengung, es kam der Stress, der fast nicht zu bewältigen war. Und dann hat sich diese bipolare Störung ausgeprägt, die ja schon genetisch auch veranlagt war. Hast du das Gefühl oder kannst du dich erinnern, wie diese Zeit war, wo du gespürt hast, jetzt verändert sich was? Weil das kann man oft dann Jahre später noch benennen, ach, das war zu dieser Zeit. Oder ist das über ganz lange Zeit gegangen? Oder war das ein bestimmter Zeitrahmen? Wo du gesagt hast, das war in diesem Monat oder wo du es ganz stark gemerkt hast. Ich kann das so in der Tat nicht benennen. Also eine bipolare Störung verleuchtet bei jedem auch ein bisschen anders. Also es gibt Menschen, die haben Rapid Cycling, die wechseln ihre Stimmung täglich mehrfach. Und ich hatte eine sehr ausgeprägte, bestimmte über vier bis fünf Monate gehende Manie, bevor ich dann eine ganz schlimme Depression bekam. Also eine Hochphase. Ja, eine sehr hohe Hochphase mit Residenz im Adlon und allem, was dazugehört. Also es war wirklich sehr schwerstnamnisch. Und mein ganzes Umfeld hat das irgendwie schon auch, glaube ich, ab einem gewissen Punkt viel eher realisiert. Ob das jetzt meine Familie war, meine Freunde waren. Also ich habe das erst sehr viel später, auch die Ärzte haben das alle viel eher gewusst, als ich das selbst irgendwie wahrhaben wollte. Und der schwierigste Punkt in der Krankengeschichte ist ja diese Introspektionsfähigkeit, quasi das man über das selbst realisiert. Aber ich kann jetzt nicht beschreiben, dass da irgendwie ein Knacks war, der mich dazu geführt hat. Ich würde eher sagen, dass diese Krankengeschichte, die ich durchgemacht habe, bipolare Störung plus HIV, in einem lebenden Knacks war, der mich aber in ein viel besseres Leben umgeleitet hat. Weil ich war früher immer ein sehr, sehr getriebener, hektischer Mensch. Es mag sein, dass manch einer meinen Instagram-Profil immer noch so empfindet. Aber der private Thorsten Promkohl hat nicht mehr dieses Gefühl des Getriebenseins. Also ich kann so gut einen Freitag oder einen Samstagabend zu Hause sitzen und ein Buch lesen. Letztendlich konnte ich das früher nie. Ich musste immer rausgehen. Also wenn in der ersten Spulenkneipe niemanden zu finden war, der optisch gut aus war, dann ging man noch in die zweite, in die dritte, meine ich bin auch noch in die vierte. Das habe ich heute alles so nicht mehr. Aber ich habe einen Lebenszeugen hier heute sitzen im Publikum. Mein Freund Harald, der das alles auch hauptnah damals miterlebt hat. Vielleicht kann der von außen was dazu sagen, wie er das empfunden hat. Jetzt muss ich ihm was sagen. Mitgehangen, mitgefangen, mitgefangen. Ja, also ich denke, so wie du gesagt hast, dass es von außen stehende, also eher mitkriegen, das war der Fall. Also ich habe ja damals auch in Stuttgart gewohnt und doch zum Eingelfreundeskreis zu der Zeitpunkt in der Kriege gewesen. Und ja, also wir haben alle, also ich darf das jetzt so ausdrücken, wir haben alle gesagt, die haben sich hier rumgeschlagen. Ja, also wortwörtlich so, weil, wie schon gesagt, mit dem Nachtdruck und alles, da kamen Hochglanzbroschüren, da kamen T-Shirt-Bedruckte, da kamen sonst die Gewerbeartikel, wo natürlich auch ein Freund, der in der Werbebranche, der hat den Auftrag bekommen, so ein bisschen von Euro, das zu produzieren. Und ja, ist aber dann nicht die Gefahr, dass gerade, wenn man in einer manischen Phase sich befindet, die Aktivitäten doch welche sind oder die Attitüde, die gesellschaftlich sehr akzeptiert ist. Ja, man gibt viel Geld aus, man ist fair, man möchte erfolgreich sein. Das sind ja alles erstmal positiv konnotierte gesellschaftliche Begriffe und dass dadurch so eine Diagnose vielleicht verschleiert sogar wird über längere Zeit, weil das ist ja was, wo man eigentlich gut verkaufen kann. Ja, also ich glaube schon, dass manische Menschen haben quasi Bestrahlung. Die können uns sehr überzeugen, die können Leute in ihren Bann ziehen und solange Geld hast, und ich meine, es war für mich ein leichtes als Gebietsverkaufstätte, ich habe mal gerade, ohne mit der Windung zu zucken, zwei Kredite aufgenommen, einmal 50.000 Euro bei meiner Hausbank und am gleichen Tag unterschrieben 25.000 Euro bei der Indie-Bank und habe bei beiden angekreuzt, ich habe aktuell keinen Kredite. Das stimmt ja auch in der Sekunde, als ich die Kreuze gesetzt habe, hatte ich keinen Kredite. Dann hatte ich erstmal 75.000 Euro und damit kann man ja erstmal schon ein bisschen was machen. Das ist natürlich irgendwie in meiner Gesamtrechnung irgendwie das mit diesem, was ich da sonst noch als Kosten für den Nachtclub eigentlich dann mal ausbringen musste. Naja, das hatte ich irgendwie ein bisschen falsch berechnet. Aber ich hatte Geld für Marketing, ich habe ganz Augsburg zuplakatieren lassen, irgendwie mit diesen so Nachtclub-Plakaten und da halt schon ein T-Shirt, Werbegeschenke, alles Mögliche. Also ich habe auch einen Radio-Werbespot produziert lassen, weil Radio geht ins Ohr und bleibt im Kopf. Also ich hatte wirklich großartige Ideen und hätte ich mehr Geld gehabt, der weiß, wie mein Leben verlaufen wäre. Vielleicht wäre ich erfolgreicher Nachtclub-Besitzer, aber Gott bewahr, es ist alles gut, wie es ist. Genau. Ich versuche die Manie auch sonstens immer mit diesen Bildern zu beschreiben, dass man in diesem Raumschiff durch die Welt fliegt. Und ich habe zwar nie Drogen in meinem Leben genommen, allerdings glaube ich, dass eine Manie wie 50 Linien Kokos gleichzeitig sind. Also dass man wirklich, wie Harald das gerade so schön sagt, man ist völlig übergeschnappt, man ist völlig oben drüber und auch überhaupt nicht zu erden. Du beschreibst ja auch diese Phasen, als es dann dazu kam, dass du Medikamente nehmen solltest als große Angst, also es kamen große Ängste auf, dass du erzählst mehrfach davon, wie du Angst hast, dein Genie zu verlieren. Das fand ich eine ganz interessante Formulierung, denn ich selber komme ja auch aus dem kreativen, musikalischen Bereich und da gibt es viele Menschen, auch sehr geniale Menschen, die an Bipolarfirmen bleiben. Beispielsweise der Carlos Gleiber war damals manisch depressiv, der Otto Klemper, ein berühmter Dirigent, das waren unglaublich kreative Menschen und wie du vorhin gesagt hast, große Strahlkraft, große Energie dahinter und du hast öfter von dem Genie gesprochen. Vor was hattest du da genau Angst? Wie hast du dein Genie da definiert in dem Moment? Wie hast du das gemeint? Du hattest Angst, es zu verlieren. Also, ein manischer Mensch, also das Genie als solches ist gar nicht genau definiert. Man hält sich einfach für einen Genie. Also ich habe das ja gar nicht hinterfragt, was ich jetzt genau an mir für generös, geniehaft halte, sondern ich habe mich einfach für ein Genie gehalten und hatte halt Angst, dass ich mein Wesen als solches durch irgendwie diese Medikamente verlieren könnte. Und dieses Wesen als solches, das habe ich halt als etwas sehr Besonderes empfunden und das bezeichne ich halt so als Genie. Aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich irgendetwas explizit als Mega-Genie bezeichnet hätte an mir. Ist diese Befürchtung dann letztendlich eingetreten, dass du das Gefühl hattest, ich bin jetzt nicht mehr der Thorsten von früher, mir fehlt der Antrieb, mir fehlt dieser Höhenflug. Könntest du das so sagen, dass sich das dann in gewisser Weise auch bewahrheitet hat, dass da was weggebrochen ist durch die Medikation, durch die Behandlung? Ist da was fehlt jetzt? Nein, ich sehe meinen Lebensweg als sehr, sehr positiv an. Und ich bin aber auch so ein lebensbejahender, pragmatischer Optimist und versuche immer in allem Negativen auch das Gute zu sehen. Wobei ich da gar nichts großartiges Negatives sehe, weil es ist alles gut so, wie das gekommen ist. Ich habe eben schon mal gesagt, ich habe dieses Getriggerte nicht mehr in mir, dieses Halt- und Rastlose nicht mehr in mir. Und ich bin sehr dankbar, dass ich eine gute Therapie bekommen habe. und dass mein Leben jetzt ruhiger verläuft. Also mich hat man schon so viel gefragt. Mich hat man gefragt, ob ich das nicht bedauere, dass ich nicht mehr mein früheres Leben habe oder was denn jetzt besser ist, das frühere oder das jetzige. Das kann man natürlich alles schlecht miteinander vergleichen. Ich war auch unglaublich gerne Gebietsverkaufsleiter für diese Luxus-Duft-Firma. Aber es hat mich unglaublich krank gemacht. Und ich lebe jetzt ein deutlich gesünderes, achtsameres Leben mit mir selbst. Und wenn man mal so einen Schiffbruch erlebt hat, egal ob es körperliche oder psychische Erkrankung, dann geht man ganz anders mit seinem Leben um. An erster Stelle steht seine mentale Stabilität, seine Gesundheit, Achtsamkeit mit sich selbst. Und da kümmert man sich auch sehr viel drum. Und ich sage immer, die beste Achtsamkeitsübung, die man machen kann, um quasi auch so ein bisschen runterzukommen, um sich aus dem hektischen Alltag auszublenden, ist, und das sage ich jetzt nicht, weil ich zufällig ein gutes Buch dabei habe, aber ist, sich wirklich in einen Sessel zu setzen und ein Buch zu lesen. Weil beim Lesen eines Buches blendet man komplett die hektische Weltumsicherung aus, die völlig übertriggert mit Facebook, Instagram, TikTok oder sonst was ist, mit allen sozialen Medien. Das blendet man in diesem Moment aus und konzentriert sich auf das, was man liest. Und solange das funktioniert, funktioniert der Kopf auch noch gut. Wenn das nicht mehr funktioniert, sollte man erstens ganz schnell ganz viel spazieren gehen, weil das ist ja auch eine wunderbare, positive Aktivität. Und man sollte sich einen Termin bei einem geistbaren Psychologen suchen, weil wenn man sich nicht mehr auf ein Buch konzentrieren kann zum Lesen, dann läuft was schief im Kopf, weil dann ist da wirklich was in einer Dissonanz. Bevorwärts, äh... Bevor ein Leser da... Ja, wollte ich dich noch fragen, als du diese... Wir haben ja schon von dieser Diagnose jetzt gesprochen, die du bekamst. Was hat dich in dem Moment gehalten, dass du da nicht in den... Du stellst es ja sehr schön, welche Gefühle da aufkamen dann nach der Diagnose, aber es ist insgesamt, merkt man in den ersten Kapiteln, wenn es darum geht, dass so dein Leben irgendwie doch weitergeht. Dann kommen die Pläne, dann bereitst du wieder den Nachtclub vor, dann gehst du wieder in die Bar und dann denkt man, ja, was ist jetzt mit dieser Diagnose? Was hat dir da geholfen, dass du da nicht in diesen Abgrund gefahren bist, was ja viele dann fallen, wenn sie in die HIV-Diagnose sind? Yes, in der Tat muss ich sagen, mein Glück in diesem Unglück war tatsächlich diese Doppeldiagnose. Das habe ich auch in dem großen Stern-Interview, was ich zum Bell-Aid-Sack hatte, so kundgetan, dass letztendlich meine Manie, meine Manie mich meiner HIV-Diagnose so viel besser hat durchstehen, durchleben lassen. Denn letztendlich muss man sich das ja so vorstellen, meine Manie hat mich quasi eingesogen, die hat mich erst Monate später wieder rausgesprungen. Und ich hatte in dieser ganzen Zeit, wo das ja eigentlich diese Zeit wäre, du erfährst die Diagnose und das gibt ganz viele traurige Gedanken, das gibt ganz viele Schwimmungen, Momente, das gibt vielleicht sogar Selbstmordgedanken oder so, da hatte ich gar keine Zeit für. Da war ich ja völlig manisch auf einem ganz anderen Planeten unterwegs und das war auf der anderen Seite natürlich mein Glück, weil ich da diese Dramatik, ich hatte keine Zeit für diese Dramatik der Diagnose gegenüber. So würde ich das beschreiben, auch solch die Perspektive. Weil du gerade auch sagst, Stern-Interview, du hast ja einen ganz tollen Artikel im Mannschaftsmagazin, sehr empfehlenswert zu lesen. Ist vor zwei Tagen rausgekommen, stimmt. Ich freue mich jetzt auf das Kapitel. Ja, das Mannschaftsmagazin, Moment, das ist auch nochmal schön zu zeigen, weil die haben ganz quietschigelb. Wir hatten die Synapsen-Karneval-Feier, heißt der Aktiviertel. Also es ist sehr zu empfehlen. Genau. Jetzt darf ich lesen. Sehr gerne. Dankeschön. Und jetzt muss ich erst mal noch einen Hinweis geben. Also ich neige dazu, dass Sie unter Umständen, wenn ich lese, zu schnell lesen. Dann könnt ihr aber einfach reinrufen und sagen, stopp, das ist jetzt deutlich zu schnell, dann versuche ich wieder etwas langsamer zu lesen. Allerdings gibt es auch eine zweite Alternative. Ich habe ein paar Bücher dabei. Man kann auch durchaus eins kaufen und das in seiner eigenen Denkgeschwindigkeit zu Hause ganz entspannt nachlesen. So, da bin ich auswillig. Ja, dann nehme ich euch mit auf meine spannende Achterbahnfahrt des Lebens. Wir beginnen im Jahr 2013 und wir beginnen mit dem Kapitel 4, je eher dahin, je eher davon, welches in Haralds Wohnung spielt. Da stand ich nun auf dem Balkon von Haralds Wohnung, mit Blick über Stuttgart. Es war eisig kalt. Aber meine Bogenhaarfeier und Eisdaumenjacke und mein Börbeli-Schal wärmten mich äußerlich. Innerlich war ich beim Lesen der E-Mail quasi erfroren, besser gesagt zu einer Salzsäure erstarrt. Ich zündete mir eine rote Bouloise an, nahm einen tiefen Zug, ließ den Rauch in die Luft, las nochmals Tattrins Worte, schloss das E-Mail-Programm und wählte ihre private Telefonnummer. Es tat so verdammt gut, in diesem Moment ihre vertraute Stimme zu hören. Sie entschuldigte sich immer und immer wieder, dass sie mir diese E-Mail schreiben musste. Aber sie hatte meine aktuelle Handynummer verlegt und konnte mich anderweitig nicht erreichen. Ich sagte nur, dass sie sich dafür nicht entschuldigen müsse und dass es ist, wie es ist. Ich war erschrocken rational in diesem Moment. Wochen vorher hatte ich im Zuge der geplanten Club-Eröffnung und der Finanzierung des Ganzen ein Krippel in Höhe von ein paar hunderttausend Euro aufnehmen wollen. Und als Sicherheit sollte unter anderem eine Lebensversicherung geben. Für den Abschluss dieser Lebensversicherung benötige ich einen aktuellen HIV-Test. Für diesen war ich extra nach Hamburg gereist, um ihn bei meiner Freundin Katrin zu machen, die ich aus meiner Zivilgesellschaft in St. Peter Orden kannte und die seitdem quasi meine persönliche Ärztin des Vertrauens war. Am 1. November 2013 war es somit amtlich. Ich hatte HIV. Katrin hatte in ihrer E-Mail bereits liebevoll alle weiteren Informationen zusammengetragen, die in diesem Augenblick von Bedeutung waren. Wie die Telefonnummer der Infektologischen Institutsambulanz des UKE Hamburg-Eppendorf, welche Mitführungen in der HIV-Therapie sind. Und sie hatte mir ebenfalls mitgeteilt, dass ich nur höchstpersönlich dort einen Termin ausmachen könnte. Immer wieder hämmerten ihre Worte in meinem Kopf. Geh er dahin, geh er davon. Wie sie so treffend in ihre E-Mail geschrieben hatte. Sie gab ihr Bestes, um mir Zuversicht zu schenken, während der Minuten unseres Telefonates. Wie bereits angesprochen, war ich erstaunlicherweise sehr rational in diesem Moment. Immerhin ging es um nichts Geringeres, als meine Gesundheit und mein Leben. Aber irgendwie machte sich in mir der Slogan »Es ist, wie es ist, und nun müssen wir das Beste daraus machen«, und ich versprach Katrin, mich rumgehen, um einen Termin zu kümmern und sie auf den Laufenden zu halten. Nach Beendigung des Telefonates steckte ich mir noch eine rote Boloise an. Ich kam mehrere tiefe Lungenzüge, blickte auf Stuttgart, welches mir zu Füßen lag, und mir ran ein paar Tränen die Wangen herunter. Ich ließ die Tränen von der eiskalten Luft trocknen. Nachdem ich zu Ende geraucht hatte, holte ich tief Luft, ging wieder rein, setzte mich an den Tisch zu meinen Freunden, frühstückte weiter, als wenn nichts sei, und scherzte und lachte mit ihm. Denn egal, was kommen würde, in diesem Moment wollte ich einfach nur den Moment der Normalität für mich festhalten und so tun, als wäre nichts geschehen. So, im nächsten Kapitel befinde ich mich dann auf dem Weg nach Hamburg ins UKE. Zwischendrin war ich schon einmal da und habe meine Blut entnahmen, macht es das Universitätsklinikum. Genau, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Und da habe ich meine Blutentnahme machen lassen. Und nun geht es also darum, es ist so ziemlich der allerwichtigste Tag, der dort anstand. Es geht nämlich um den Status quo meines Blutes, wie eigentlich meine Blutwerte aussehen. So, das Kapitel hat den schönen Namen, das rollende Piano. Mit jeder Minute, die wir zusammen im Bordbistro saßen, kamen wir Hamburg und damit dem UKE Kilometer für Kilometer näher. Ich mag nicht ermessen, wer von uns vier am angespanntesten war. Jeder meiner drei Reisebegleiter war bemüht, sich seine Anspannung auf die ganz eigene Art nicht anmerken zu lassen oder zu überspielen. Endlich in Hamburg eingetroffen, nahm mich Steffi fest in die Arme und sagte, Thorsten, den weiteren Weg hier in Hamburg werden Julia und Jens mit dir gehen. Ich werde jetzt zurück nach Köln fahren. Ich drückte sie an mich, meine liebe Steffi, die hochschwanger diese Strapazen auf sich genommen hatte. Nur um für mich da zu sein, wenn ich heute so darüber nachdenke, Wahnsinn, welcher Freundschaftsbeweis. Was mich sehr beeindruckt ist, dass sie, obwohl sie hochschwanger war, überhaupt keine Berührungsängste hatte. Meine liebe Steffi, die zu Schulzeiten bisweilen mit ihrer Gutgläubigkeit und manchmal auch mit ihrer Naivität aufgefallen war, zeigte mal wieder, dass sie eins auf jeden Fall hat, ein so unglaublich großes Herz und dass sie im Unklo HIV besser aufgeklärt war als der deutsche Durchschnittsbürger. Julia, mein Zwillingsbruder und ich, nahmen ein Taxi zum UKE. Zwar kann ich mich bis heute nicht an den Namen des Arztes erinnern, der meine beliebte Frau Dr. Herding vertreten hat. Was ich aber niemals nie vergessen werde, waren die harten Fakten, die er mir in seinem Arztzimmer mitteilte. In Zahlen gesprochen lauteten sie 16 gegen 5 Millionen. Ja, Sie lesen richtig. Die Bestandsaufnahme in meinem Blut hatte ergeben, dass ich noch genau 16 Helferzellen hatte und diese gegen die brachale Macht von 5 Millionen Bieren in meinem Körper kämpft. Das war ein Ergebnis quasi kurz vor Tod. Dies nannte sich anhand der Anzahl der Helferzellen Aids und nicht mehr HIV. 16 gegen 5 Millionen Hilfe. Aus dem Gespräch mit Frau Dr. Herding ein paar Tage zuvor wusste ich, wenn sich die letzte Helferzelle verabschiedet hat, dann ist da nichts mehr, was die Waage wieder umgibt. Dann gibt es nichts mehr im Körper, was gegen die Viruslast angeboten kann. Dann helfen keine Medikamente mehr, denn diese vermehren ja nur die Helferzellen. Doch null kann man nicht vermehren. Folglich war ich völlig schockiert über die Zahl 16. Aber auch hier halten wir in dieser Situation wieder mein Pragmatismus. Als der Arzt mit einem ausführlichen Monolog und einer Erklärung über die Gesamtsituation begann, unterbrach ich ihn direkt mit dem Wort. Habe ich das richtig verstanden? Wenn ich keine Helferzellen mehr habe, sterbe ich. 16 hatte ich am Tag der Gutentnahme, also eine Woche zuvor. Das liegen die mit Abstand anstrengendsten Tage meines Lebens hinter mir. Also verschwenden Sie bitte nicht meine Zeit. Geben Sie mir das Rezept für die Tabletten und sagen mir, wo ich die nächste Apotheke finde. Ich benötige jetzt keine weiteren Informationen, sondern einfach nur die erste Pille, die mir vielleicht das Leben rettet. Fassungslos gab er mir das Rezept und wir eingen zur Apotheke, wo ich am Tresen stand und als Privatpatient die 2.000 Euro für die lebensrettende Medizin vorzustrecken hatte. Gott sei Dank besaß ich nicht nur eine Kreditkarte, um diese Rechnung zu zahlen. Endlich hielt ich die erste Packung der HIV-Medikamente in meinen Händen. Wie ein Junkie auf Entzug riss ich die Verpackung auf, entnahm die Pillendose, schraubte den Deckel ab und durchbohrte mit meinem rechten Daumen die Metallhaut. Dann war ich an meinem lebensrettenden Pillenbold angelangt. Die freundliche Apothekerin hatte mir bereits ein Becherwasser gebracht und ohne weiter darüber nachzudenken oder gar den Beipackzettel zu lesen, nahm ich die erste Striebel-Tablette meines Lebens. Denn zu Napsen fasche ich hin oder her in meinem Kopf. Wenn mir eins bewusst war in diesem Moment, dann, dass es zu den HIV-Pillen als Alternative nur den Ball gegen Tod gab. Als wir aus der Apotheke traten, traute ich meinem Augenpaum und musste, wie am Tag zuvor, zweimal hinschauen, wer da kam. Diesmal war es meine lieben Freundin Ines, welche völlig abgehetzt auf mich zukam und mir um den Hals fiel. Sie wollte mich unbedingt mental an diesem Tag unterstützen. Eigentlich stand in mir am Kalender der Geburtstag die Haut an, zu dem sie längst aufgebrochen sein wollte. Sie bot aber auch an, alles abzusagen und nur für mich da zu sein. Das wollte ich aber gar nicht. Zu wissen, dass sie direkt herbeigealt kam, gab mir neue Kraft und Zuversicht. Erneut kann ich nur sagen, Wahnsinn, welchen Einsatz meine langjährigen Wegbegleiter an den Tag legten, um einfach nur für mich da zu sein. Ines nahm sich noch die Zeit, sich mit dem Arzt zu unterhalten, welchen ich so im Regen hatte stehen lassen, um sich ein Bild vom Ernst der Lage zu machen, bevor sie zu ihrer Mutter reistete. Ich war längst damit beschäftigt, meinen Untersuchungsplan abzuarbeiten. Auf diesem Weg begleiteten mich Julia und mein Zwillingsbrüder. Erst durch das UKE und dann durch Hamburg. Schlussendlich endeten wir in einer Spezialprinz auf der Mönkebergstraße. Das Team des UKE hatte angesichts der geringen Anzahl der Helferzellen ein CT meines Gehirns angeordnet, um eine sogenannte Toxoplasmosa, also einen AIDS-typischen Gehirntumor, auszuschließen. An die Untersuchung kann ich mich nicht wirklich erinnern, Was mir aber in Kopf blieb, ist meine Verzückung darüber, dass in der Praxis das Wasser Viva Con Agua laut und leise aus hübschen Glasflaschen gereicht wurde. Auch wenn mein absolutes Lieblingswasser die Epion Pure Glasflasche war, kam ich nicht um ihn festzustellen, dass die Lebenswasserflaschen mich sehr begeisterten in diesem Augenblick. Es waren die Details, die mir irgendwie Mut machen. Im letzten Kapitel sprach ich davon, dass Menschen in ihrer Manie eine andere Wahrnehmung haben und teilweise an Details hängen bleiben, die andere gar nicht sehen. So war das wohl in diesem Moment mit mir und dem Wasser. Am Ende des Tages blieb der HIV-Test positiv. Und auch diese erdrückende Zahlenkombination, 16 gegen 5 Millionen, blieb wie sie war. Aber alle anderen Untersuchungen waren zu negativen Ergebnissen gekommen. Gott sei Dank. Somit hatte ich zwar beinahe die schlechtesten HIV-Werte, die das UKE Hamburg-Appendorf je gesehen hatte, aber mein Glück in diesem Umgebung war, dass mein Körper zu diesem Moment keine anderweitigen Begleiterscheinungen oder Symptome gezeigt wird. Mein Kopf war voller Gedanken, als wir die Spezialpraxis verließen. Die Zahlen 16 gegen 5 Millionen waren nicht aus dem Kopf zu bekommen. Und zugleich klammerte ich meine Hoffnung an die als hochwirksam geltenden HIV-Tabletten und die Tatsache, ansonsten keine weiteren Symptome für Aids zu haben. Das konnte doch alles gar nicht wahr sein. Ich war gerade 33 Jahre jung. Das war definitiv noch kein Alter zum Sterben. Never ever. Während wir die Mönckebergstraße Richtung Hauptbahnhof entlang schlenderten, riss mich wunderschöne Pianomusik aus meiner Gedankenwelt. Verzaubert von der Musik bitt ich mich um und entdeckte mitten auf der Straße einen Flügel, an dem ein Mann seine Version von Evergreens wie My Bay spielte. Selbstverständlich konnte ich nicht anders. Taufte dem Künstler eine CD mit dem Namen Das rollende Piano ab und machte mich mit Julia und Jens weiter auf den Weg zum Hauptbahnhof. Mission Hamburg war für diesen Tag erfüllt. Nächstes Loch unserer Reise war die geliebte Heimat. Vielen Dank. Du schreibst jetzt hier in diesem Kapitel deine Viruslast 16 Millionen gegen 5 Millionen. 16 gegen 5 Millionen. 16, ja. Elfer zählen gegen 5 Millionen. Später in den darauffolgenden Kapiteln gehst du ja wieder in einem sehr starken Aktionismus über. Hast du diese Wirkung der Tabletten dann gemerkt? Weil es hieß dann irgendwie Wochen später immer noch, dass diese hohe Virenlast da in deinem Kopf rumpfschwirrt. Wie muss man das verstehen? Merktest du dann, dass sich was verändert? Oder war es da erst viel später dann? Bei den neuen Werten, Blutwerten. Wie kann ich das vorstellen? Also auch das war natürlich wieder ein wenig kompliziert in meinem Fall. Ich habe ja immer diesen Kampf in mir gehabt. Auf der einen Seite ging es um dieses Überleben, um diese Angst, dass HIV stärker sein könnte. Und auf der anderen Seite dieser unglaubliche Freiheitsdrang und Kampf, der von der bipolaren Störung, von der Manie quasi ausgelöst worden war. Und das kämpfte auch immer so gegeneinander. Und dann hatte ich mit Stribbel letztendlich eines der schlechtesten Medikamente bekommen, die ich hätte kriegen können als psychischer Kranker, weil Stribbel glaube ich, die Psyche des Menschen gegen. Und das hat ja meine Manie noch getriggert. Also das hat die noch potenziert und noch verschlimmert. Und ja, auch wenn ich da vielleicht was vorbecken jetzt. Aber letztendlich ist es so gewesen, ich hatte wirklich über einen langen Zeitraum Angst, weil ich hatte dann auch einmal so einen roten Hautausschlag. Dann hat die Charité, diese Wunderklinik, gedacht, ich sei allergisch auf das Heil-Pau-Medikament, hat das abgesetzt, obwohl ich mal gerade mühsam 100 Läberzellen aufgebaut hatte. Ja, und am Ende war das gar keine Allergie, sondern eine simple Kretze, die auch die Charité hätte erkennen dürfen, können, müssen, sollen. Und ja, letztendlich waren meine Helperzellen dann aber auch schon wieder auf 21 runtergefallen. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass die Medikamente heutzutage ja so sensationell sind und das auch schon im Jahr 2014 gewesen sind, dass meine brachiale Viruslast von 5 Millionen war, dann, glaube ich, im März 2014 schon unter der Nachweistgrenze. Was ja dann schon ein sehr schneller Zeitraum ist und da bin ich auch nie wieder drüber gekommen. Gab es bei dir Momente, weil das schilderst du eigentlich kaum, oder ist mir nicht aufgefallen, Momente eines Schuldgefühls, ich sage das jetzt sehr wertfrei. Schuldgefühl sehr wertfrei. Ja, das kommt jetzt nicht falsch rüber. Schuldgefühl dir selber gegenüber, dass du dich infiziert hast, weil du bist ja aus einer aufgerehrten Generation, dass du sagst, war du wirklich in eine Situation gekommen, wo das passiert ist? Gab es solche Momente? Nein, also ich habe jetzt nicht dieses Schuldgefühl, warum ich mich infiziert habe. Ich komme aus der Generation Safer Sex und Kondom-Use und alles und bin auch jemand gewesen, der letztendlich sehr selten Sex praktiziert hat. Im Prinzip, das Leben hat ja keine allmächtige Fähren. Das wurde auch keinem auf dieser Welt versprochen. Das gibt es ja auch einfach nicht. Und es reichen zwei Risikokontakte, wovon einer schon alleine ein geplatztes Kondom in einer Beziehung ist, der einen nicht über sein Vorleben wahrheitsgetreu berichtet hatte. Letztendlich, aber das ist auch müßig dann irgendwie. Es ist ja, wie es ist. Das ist ja so meine allumfassende Weisheit. Das Einzige, wo ich mir einen Vorwurf mache, ist, ich gehöre ja zu den sogenannten Late Presenter. Also weil diese Werte sind ja nur zu erklären, wenn das sehr spät diagnostiziert wird. Und meine Risikokontakte sind aus dem Jahr 2004 oder aus dem Jahr 2010. Und das, was ich mir vorwerfe, ist, dass ich keinen Test gemacht habe, dass ich tatsächlich in der Lage war, als so intelligenter Mensch das wegzuschieben. Also das eine Mal war es halt so, das war vor meinem ersten juristischen Staatsexamen, dann habe ich das irgendwie wegschieben können, dann bin ich auch noch durchs Examen gefallen, musste noch mal anderthalb Jahre lernen und habe es dann ja auch bestanden. Aber gut. Und das andere Mal war es dann aber auch wieder mit Kontakt, der mir sehr viel bedeutet hat, der mir sehr nahe stand. Und das ist natürlich dann auch so ein Punkt, da vermutet man sowas dann ja auch nicht so gut. Oder dann denkt man, es wird schon gut gegangen sein. Und deswegen ist mein Appell ja immer auch, so oft wie möglich und nötig testen lassen. Weil der Gang zum Arzt bedeutet immer, man bekommt so schnell als möglich wieder Lebensqualität. Weil egal wie das Ergebnis ist, dann kann man daran arbeiten. Und man bekommt seine Lebensqualität zurück. Das gilt auch für jede andere Erkrankung. Weil diese Vogel-Strauß-Politik, Kopf in den Sand und der Sturm geht an mir vorbeigehen, die hat noch nie funktioniert und die wird auch nie funktionieren. Und das ist so der einzige Punkt, wo ich so denke, Thorsten, da warst du echt dumm, das hättest du besser machen. Weil diese Spätdiagnosen, also diese Spätheitbau-Diagnosen, kommen ja vor allem auch in Bereichen vor, wo Menschen, die mit Sexualität eher sehr versteckt leben, die vielleicht verheiratet sind, bisexuell sind, nebenher praktisch fremd gehen und dann am Rasenmähen umfallen und ins Vollwind haben. Also ich kenne solche Fälle aus der Praxis. Und das ist eher dann in einem Bereich, wo man sehr versteckt das Leben, dass man sagt, man macht da auch keinen Test oder man schämt sich zum Test zu gehen. Und dass dann sowas passiert. Und du hast es ja jetzt eigentlich selber beantwortet, dass du das im Nachhinein noch mal so reflektieren kannst dir gegenüber. Was sehr auch mit meiner Erfahrung jetzt aus früheren Diskussionsrunden übereinstimmt, das, was du im Interview mit der Mannschaftsmagazin erwähnt hast, der Umgang von medizinischem Personal mit HIV-Diagnosen, das hat in unserer letzten Diskussionsveranstaltung der Prävention der Professor Bobner auch erwähnt und hat da seine eigenen Kollegen quasi scharf kritisiert, dass im medizinischen Bereich oftmals noch mit sehr vielen Ängsten gegenüber HIV-Infektionen vorhanden sind. Diese Ärztin, die die Untersuchungen bei dir gemacht hat, wo du sagst, die war dann fast in einem Braunfahreranzug, weil sie Angst hat, dass es sich enden würde. Ja, ich hatte ja zwei Situationen von Stigmatisierung im Gesundheitswesen. Einmal muss man sich vorstellen, ich war dann ja irgendwann in Stuttgart in der Psychiatrie so dauerhaft eingelagert, aber letztendlich hatte ich die Kretze, die beantelt werden musste, also hatte ich so ein Konzil in die Hautklinik, wo ich dann so rote Wangenwäder bekommen habe und eigentlich nur noch so, ich hatte ja nur so einen Akzept mit Unterimpf, wie nennt man das denn, hier so eine Machthilfe. So, und da kommt dann morgens so klinische Fidel hier Stationsärztin rein zur Visite und sagt, ah, hier haben wir also den jungen Mann mit der Kriegskrankheit, der nichts von selber Sex versteht. Also, das ist ja schon, also das ist ja mehrfach kritisch. Erstens, ich war ein Patient aus der Psychiatrie quasi per Konzil in der Hautklinik. Da muss man ja schon mal viel vorsichtiger diesen Menschen gegenüber sein, was diese mentale Stabilität auch betrifft, wie ich ja gar nicht hatte. Zweitens geht das sowieso schon mal gar nicht, weil der Auftrag eines Arztes oder einer Ärztin ist, zu behandeln und zwar Krankheitsbilder und nicht das Leben eines anderen Menschen zu bewerten. Da steht keinem Arzt auf der Welt zu und das war schon sehr schwierig und man hat ja gar nicht die Kraft, da irgendwie auch noch irgendwas zu antworten. Und genauso war die Situation dann Jahre später, quasi, wo ich Verdacht auf Datenclips hatte und dann hatte ich ja schon die ganzen Untersuchungen gehabt, die Ergebnisse waren alle nicht eindeutig, dann musste ich nochmal in die Krieg zu einer Darmenspiegelung und dann hat die Assistentin da irgendwie wie Raum anzugang und ich fragte, wieso sind sie so angezogen? Ja, sie haben ja HIV. Sie müsste sich schützen und dann, auch da hatte ich keine Kraft, weil es ja auch immer so eine entlösende Situation ist, man liegt da eh nur so im Patientenleibchen, quasi nackt und ohne Scham fast oder sehr schambehaftet, sagen wir es lieber so, und fühlt sich ja sowieso schon so schwach, dadurch, dass man auf dem Tisch liegt und das fand ich schon sehr krass. Das habe ich ja auch im Podcast, die Situation, die baden-württembergische Aidsid, hat ja auch so ein Podcast viel geredet, da war ich ja auch Vorstand von der Aidsid bis letzte Woche und da habe ich auch Stellung bezogen zu diesen stigmatisierenden Situationen im Gesundheitswesen, weil das ist sehr, sehr gedenklich, weil gerade in diesem Bereich sollten gar keine Stigmatis vorhanden sein, weil in diesem Bereich sollte man voraussetzen, dass die wichtige Message, die wir ja überhaupt haben, N gleich N, die es ja nun auch schon seit Jahren gibt, von der Weltgesundheitsorganisation dort bekannt ist. Falls irgendjemand im Raum das nicht weiß, ich erkläre es nochmal ganz kurz, weil es ist ganz einfach, N gleich N bedeutet nicht mehr und nicht weniger als, dass ein Mensch, der HIV-positiv ist, beziehungsweise mit HIV lebt, so wird es jetzt definiert, ein Mensch, der mit HIV lebt und sich in Therapie befindet und dauerhaft unter der Nachweiskrenze ist, dauerhaft wird so definiert, mehr als sechs Monate am Stück, kann in keiner Situation seines Lebens einen anderen Menschen mit HIV infizieren, sprich, weder wenn er sich in den Fingern schneidet, noch wenn er um geschützten Gestell zu erfährt. Also die Infektion von HIV ist ausgeschlossen, von anderen SEIs natürlich nicht so. Aber N gleich N heißt nicht, nachweisbar gleich nicht, infektiös. Das ist in der Intronormativ gelesenen Gesellschaft quasi nicht angekommen. Und das ist wirklich dramatisch, ich habe letztes Jahr als Vorstand der ACU Baden-Württemberg unseren LKW damit plakatieren lassen und auch der Message Safer Sex 3.0, weil Safer Sex im Jahr 2022 oder auch 2023 bedeutet ja nicht nur Schutz durch Kondom, es bedeutet Schutz durch PrEP und es bedeutet Schutz durch Therapie. PrEP ist die Pille, ist ja eigentlich ein Teil von HIV-Bahn-Medikamenten, die Pille, die man nehmen kann, um erst gar nicht heilig zu bekommen. Genau, und das ist aber in der Intronormativ-Gesengesellschaft, so habe ich das Gefühl, gar nicht da. Diese Infos sind null. Wie gingst du, oder wie gehst du mit der ganzen intersektionalen Problematik um? Intersektionalität heißt mehrfach Diskriminierung, also es geht ja um Homosexualität, es geht um HIV-Infektion, es geht um bipolarische Störung. Ist dir das dann, hast du dann Schutzschild entwickelt, dass du sagst, jetzt ist es egal, oder dass du da noch sehr sensibel auf solche Angriffe, wie wir es gerade von der Ärztin oder von den Kondomaten haben, wie gehst du denn damit um? Ja, also damals war das alles nicht so easygoing. Also ich meine, in meiner ersten Zeit, wo ich ja so schwer manisch war und dann die HIV war, also da bin ich da sehr, also da habe ich die ganze Welt informieren wollen, weil ich bin ja auch außerordentlich Christus gekündigt worden, das musste ja auch jeder erfahren und alles und überhaupt, wenn man das dann einmal so in die Welt so rausgetragen hat, ist das ja auch schwierig, wieder zurückzuholen. Dann war ich aber Jahre etwas ruhiger und stiller und der Mut zum Coming out of the Closet, wie ich das beschreiben würde, der kommt ja dann nach und nach durch unterschiedliche Ereignisse. Das würde ich ja auch noch mal probieren. Sehr gerne. Also letztendlich habe ich ja selbst auch eine Entwicklung durchgemacht, wie ich zu den Themen stehe, wie hoffentlich ich mit diesen Themen umgehe. Gut, also jetzt ist es eben aus. Nein, also ja, aber das ist natürlich, Stigmatisierung ist ein gesellschaftliches Problem und es ist ein Problem von der Gesellschaft und letztendlich eine Aufgabe der Gesamtgesellschaft, dass Stigmatisierung nicht stattfindet. Wir können doch nicht ernsthaft glauben, dass die schwachen Menschen stigmatisiert werden. All diese schwachen Menschen, die Kraft haben, gegen diese Stigmatisierung zu kämpfen. Der Teil der Gesellschaft, der nicht stigmatisiert ist, muss aufhören zu stigmatisieren. Ich war neulich in Göttingen oder bei Göttingen im Akademie Waldschwässchen, das ist ja von der Deutschen Elstelfsitzende, häufig Seminare und da war die Positiven Universität, wo sich positive Aktivisten aus ganz Deutschland treffen und ich habe an dem Workshop Positive Stimmen 2.0 teilgenommen. Das war eine Riesenbefragung, wo es um Stigmatisierung ging von HIV-positiven Menschen und ich bin da völlig schockiert drin gesessen, weil die eine Zahl hat mich extremst schockiert und das im Jahr 2022. 75% aller HIV-positiven Menschen stehen nicht zu ihrer HIV-Infektion. Das hat mich dermaßen schockiert. 75% stehen nicht dazu, weil man muss einfach wirklich sagen, ein Mensch, der dazu nicht steht, das macht diesen Menschen auf Dauer psychisch krank. Wir wissen doch alle, aus unseren Zeiten, wo wir noch nicht geoutet waren, wie schwer uns diese Last auf unseren Schultern hing, dass wir schwul sind oder dass wir nicht so sein konnten, wollten, wie wir sind. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass 75% aller Menschen mit HIV dazu nicht stehen, wie schwer ist diese Last und wie groß ist diese Gefahr, dass diese Menschen psychisch krank werden. Und da hat die Gesellschaft so viel zu tun, damit diese Menschen einfach befreit leben können. Und du beschreibst ja auch beispielsweise auf Dating-Portalen, dass sie sich dann eben ausgeben als Prätennutzer und die HIV-Infektion verschweigen, aus Angst eben auch abgenehm zu werden. Das ist das nächste Beispiel, das ich noch habe. Natürlich kennt man sich ja seit Jahren aus der HIV-Praxis. Also es ist ja immer der gleiche Tafelkanz in den Wartezimmern. Immer abwechselnd polierend, letztendlich, weil mal verschiebt sich was in den Termin, aber man kennt sich ja seit Jahren. Und man kennt sich halt auch noch aus der Zeit, wo es noch gar keine Präte gab. Das ist ja auch was Fakt. Und ich meine, wenn jemand jetzt in Stuttgart, was weiß ich, in Stuttgart-Ost wohnt, der muss mir nicht erklären, dass er wegen seiner Erkältung in Stuttgart-West in der Schwerpunktpraxis ist. Es gibt noch tausend andere Praxen zwischen Ost und West. Na gut, aber man kennt sich, man weiß, man kennt sich ja so. Und wenn ich dann so bei Börnberg, der Runde, so gucke, wie viele Leute auf einmal diese magische Präpp-Pille nehmen, wo ich aber definitiv weiß, dass sie eigentlich auch positiv sind, mache ich denen das jetzt nicht grundsätzlich zum Vorwurf, aber es macht mich nachdenklich und hat mich auch als Vorstand der Aids-Sylke Baden-Württemberg so nachdenklich gemacht, weil das zeigt auch wieder in der Umkehrseite, wie stigmatisiert das Thema HIV ist, weil diese Menschen können nicht dazu stehen, dass sie da reinsetzen, Schutz durch Therapie oder unter der Nachweisgrenze. Letztendlich, das zeigt ja, wie viel Angst die davor haben, öffentlich zu ihrem Status zu stehen. Und das finde ich, ja, wirklich, also, was soll ich dazu sagen, ich finde es dramatisch, unschön, scheiße, ich finde es einfach unhaltbar. Genau. Und genau, das sind aber auch so Antriebe, weswegen ich auch nicht müde werde, durch Deutschland zu reisen, Lesungen zu machen, nach Rostock hochfahren, oder jetzt nächsten Monat vielleicht nach Freiburg runter. Also, ich war jetzt, komm gestern, gestern war ich in Graz, im Januar war ich in Zürich, also, ja, wir in der Prävention wissen ja, wie wichtig Role Models, sogenannte Role Models sind, um bestimmte Bilder, Informationen zu übermitteln, die eben bejahend sind, um alte Bilder auch von HIV, von AIDS, aus den Köpfen zu verscheuchen, die ältere Generation vor allem noch hart weniger wie ganz Jungen, die haben ja die 80er, 90er Jahre, frühen 90er Jahre so nicht mehr erlebt. Ich habe früher auch während meiner Studium Aufklärungsveranstaltung auch gemacht, in Schulen, und da habe ich auch den Film Philadelphia angesprochen, um einfach den Schülern mal empfohlen, diesen Film anzusehen, um überhaupt so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es in den 80er Jahren zuging, weil die sind ja da meilenweilen davon weg heute. Wir kennen das noch aus den 90er Jahren, also meine Generation, zumindest wie die Stimmung so war beim Ausgehen und man hat Angst gehabt, sich anzustecken und ist dann immer wieder zum Test gegangen und auf jeden Fall ist es bei der jungen Generation so nicht mehr verankert, diese Art der Ängste. Und da arbeiten wir natürlich nicht dagegen an, dass die Ängste wieder kommen, das wäre natürlich der falsche Weg, aber wir arbeiten ja auch zusammen zum Beispiel mit Gilead Science, das ist eine Farmerfirma, die eine Kampagne jetzt gemacht hat, um eben HIV-positive Menschen, die in Behandlung sind, eben auch in ganz alltäglichen Situationen zu zeigen, in regegen Partnerschaften, sehr positiv gestimmte Menschen, sehr kraftvolle Menschen, einfach, ich möchte das Wort normal nicht verwenden, weil das Wort normal ist auch gefährlich, normal ist inzwischen schon nicht mehr so akzeptiert zu sagen, wenn man sagt, man möchte normal leben. Aber das sollte das Bild vermitteln, was du jetzt auch gerade gesagt hast und kritisiert hast, dass man mit einer HIV-Infektion eben kein normales Leben leben kann. Also das sind jetzt Aktionen, die durch solche Control-Modus verstärkt werden, um da nochmal dieses Stigma rauszunehmen, dass man immer noch, naja, HIV-Infektion, er kann gut damit leben, aber es ist immer noch eine HIV-Infektion, es ist eben keine Allergie. Und dieses ist immer noch in den Köpfen drin, durch dieses Stigma der Unheilbarkeit, was es immer noch hat. Und das ist ganz stark verankert. Und das muss man einfach so sehen, dass es so ist und wirklich dagegen angehen und dass eben mit HIV ein normales Leben, ich würde sagen, es normal wieder in Anführungszeichen möglich ist. Und dafür bist ja du auch da mit deinen Aktionen, mit deinen Lesungen, um zu zeigen, dass wie du umgehst, wie selbstbewusst du umgehst, wie kraftvoll du umgehst. Ist das so deine Message auch? Ja, also, sehst du dich auch als Rollbottel in dieser Weise? Sehe ich mich als Rollbottel. Also mein Credo ist, dass man mit seinem eigenen Gesicht hervortreten muss und seine Geschichte erzählen muss, wenn man gegen Stigmatisierung ankämpfen möchte. Weil Leute, die etwas nur abstrakt haben, das ist nicht greifbar. Also die brauchen letztendlich diesen Menschen, diese Geschichte, die müssen quasi den sehen oder mit dem sprechen können und so. Und bestenfalls gehen diese Menschen nach Hause, gehen mit ihren Vorurteilen und ihren Stigmatisierungen ins Gespräch und legen die dann mal zur Seite, weil ich festgestellt habe, dass das alles unhaltbar ist. Also ich habe ja 2000, ich komme aber wegen Corona durcheinander, aber 2021 habe ich mit Freize Stigma Aktionswoche, ich mache eine ganze Woche, auch mit Sissi Zentorg, unserem schwulen Internet-Blog aus Stuttgart und da haben wir eine Woche jeden Tag Programm auf die Beine gestellt und das Ganze, die Rahmengebung war eine Plakatausstellung von der Deutschen Aids-Hilfe, habe ich die organisiert der letzten 40 Jahre und weil ich den ganzen Gästen zeigen wollte, wie sich die Message auf den Plakaten geändert hat in den vier Jahrzehnten. und also da waren viele Gäste aus jeglicher Couleur der Gesellschaft und das war aber auch sehr interessant, weil auch viele ältere Gäste da waren, die sich an all diese Plakate erinnern und das war für die wie so eine Zeitschleuse und es hat sich ja auch was getan in dieser Message, die gesprochen wird. Also in den 90er Jahren gab es ein Plakat, was auch sehr viel für Verbruchung gesorgt hat, das hing, glaube ich, hier in Liegelfeld, Anarmonie oder so, Blasen, okay, aber raus, bevor es kommt. Das hatte auch einen Rechtsstreit, weil das galt als Pornografie, hat aber die Staatsanwaltschaft verloren, weil der erigierte Penis zu sehr im Mund des anderen herrn verschwunden war, weil für Pornografie musste er erigierte Penis 90 Grad abstehen und das konnte man nicht nachmessen, weil zu wenig sichtbar war. Also durch das Händler, das war so ein Funfact am Rande, allerdings, was ich sagen wollte, die Message, die sich so sehr verändert hat, Blasen, okay, aber raus, bevor es kommt, zu dem Plakat von vor zwei Jahren, Schluck, du Luder, Präpp, also da ist ja eine immense, spannende Entwicklung drin, und dann hatten wir, der Jan Ranft aus der Brunnen war angereist mit Kurzgeschichten, dann hatten wir politische Diskussionsrunde auf Länder-, Kommunal- und Verwaltungsebene, einen Drag-In-Contest, die dann dragst, die dann ein falsches Stigma-Outfit und ein Gipsing, dann noch ein Filmabend, der Podcast wurde aufgezeichnet, einen Trepp-Talk-Abend mit zwei Apothekern und auch verschiedenen Leuten aus der Community, und am Weltalltag hatte ich dann vorab quasi meine Weltkrimiere mit dem Buch oder so, aber da haben wir auch so viele unterschiedliche Leute damit erreicht und es geht immer nur, wenn man wirklich selbst auch Farbe kennt oder quasi, ja, versucht, mit den Leuten ins Gespräch zu gehen und du fragst mich, Rollmodel? Ich glaube ja, dass ich in gewisser Weise so ein Rollmodel bin, weil ich im Rahmen meiner Möglichkeiten eine sehr mediale Aufmerksamkeit geschafft habe. Also ich war letztes Jahr viermal in der Gap-Zeitung, einmal mit einem riesen Interview bei Männer, Media, Zuversicht und Mut und dann noch drei weitere Artikel, dann Geheimtipp Stuttgart, das wichtigste Stadtmagazin hat und ein vierseitiges Interview und ein halbseitiges Buchtipp, jetzt Mannschaftsmagazin, dann zum Welt-Aids sagt der große Sternenartikel, dann Edgar Postkarts druckt jetzt aktuell 50.000 Postkarten mit meinem Buchcover und verteilt die in Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt und München. Also, wer das Kaffee schön findet, muss auch die Suche in München gehen. Ja, und da würde ich schon sagen, auch wenn bislang aus unerklärlichen Gründen keine Pharmafirma und so auf mich zukam, ich bin mein eigenes Holger geworden. Aber ich mache das ja, um Leuten Zuversicht und Mut zu spenden und zu entstigmatisieren. Und im Rahmen meiner Möglichkeiten, glaube ich, funktioniert das sehr gut. Und meine Bandbreite ist auch sehr breit von dem, was ich am Publikum habe. Du hast vorher gerade die Plakate erwähnt, Präventionsplakate. Ich war letzte Woche in Berlin, Facharbeitskreis, zusammen auch mit der Deutschen AIDS-Hilfe. Und da ging es darum, zukünftig eben diese Pathologisierung der Sexualität oder der Schwulensexualität eben aufzulösen. Wir haben ja immer diese Plakate, Schwuler Sex, Infektion. Ja, Vorsicht vor STI, Vorsicht vor HIV. Also immer dieses Zusammenspiel. Immer ein Plakat, zwei Akte Männer, Vorsicht, Infektionsgefahr. Und diese, nicht immer unbegründet natürlich, und es ist natürlich ein schmaler Grad jetzt, da wegzugehen von dieser Botschaft, passt auf, hinzugehen. Ja, Sex ist was Schönes, ist was Freudvolles, ist gar nicht so gefährlich. Und ich bin da immer zu Zwiegespalten. Auf der einen Seite begrüße ich das sehr, dass diese Entwicklung kommen soll oder schon eigentlich auch da ist und gefördert wird. Aber ich bin da auch manchmal so ein bisschen Mahner, dass man jetzt das nicht auf die ganz andere Seite schwenkt. Wir kennen das ja jetzt von PrEP, ein ganz wichtiges Medikament sozusagen, was mehr Freiheit gibt, was mehr Schutz gibt. Sicher auch nicht für jeden geeignet. Aber das heißt nicht, dass es gegen alles schützt. Und ich sehe das ja auch bei meiner Arbeit in der Prävention, die STIs sind, ich will nicht sagen auf dem Vormarsch, aber es ist schon so ein Gefühl zu nennen, dass die Sachen auch präsent sind. Und da jetzt so ein Gradmesser zu haben, wie viel Botschaft gibt man alles frei, ich gebe alles frei, ist das alles gut oder passt doch auf. Und da sind wir wieder vor 30 Jahren, wo es heißt, sechs, aufpassen. Und wir befinden uns heute in gewisser Weise immer noch in dieser Situation. Wir sind nicht ganz weg davon. Und das macht die Sachen eben viel komplizierter, als wenn man so denkt. Wir sind noch nicht ganz raus davon. Aber die Entwicklung geht doch in eine andere Richtung, eben auch durch solche Medikamente, wie PrEP. Jetzt freue ich mich auch, dass du denkst, die Kaffee. Ja, jetzt haben wir viel über den Komplex AIV, STI gesprochen. Jetzt steigen wir einfach mal wieder in den Karneval der Synapsen ein. Ich nehme euch jetzt ganz spannend in eine verschlossene Welt, nämlich ins UKE Hamburg-Eppendorf. Und das nächste Kapitel heißt geschlossene Gesellschaft. Geschlossene Abteilung der Psychiatrie des UKE Hamburg-Eppendorf. So richtig glauben bzw. fassen konnte ich das alles noch nicht. Trotzdem ist der Mensch ein Lebewesen, um nicht zu sagen, das Säugetier, welches wie kein anderes gelernt hat, sich aus den widrigsten Situationen des Lebens zu befreien. Ja, zu kämpfen, wenn es um alles oder nichts geht. In meinem Leben ging es einerseits seit knapp drei Wochen um das pure Überleben, um den Kampf gegen dieses AI-Virus, das tödlich enden könnte, bekämpft dich seit dem 1. November jeden Tag aufs Neue mit einem unerschütterlichen Willen zum Leben. Aber eben auch mit manischer Ignoranz der Gesamtsituation, nämlich hinsichtlich meines nicht ganz so vitalen Körpers. Andererseits hatte man mir nun etwas genommen, was mir so unglaublich wichtig gelebt war. Meine Freiheit. Gut, diese Freiheit teilt sich in die Bewegungsfreiheit des Körpers und die Freiheit des Geistes. Sprich, die Freiheit der eigenen Gedanken. In diesem Moment überlistete ich mich selbst, indem ich mir einredete, mag sein, dass ich mich für diesen Augenblick eingefangen habe. So realistisch war es das schon, dass mir klar war, ich würde nicht freiwillig direkt wieder hier rausspazieren können. Aber ich war davon überzeugt, dass es diesmal vielleicht eines längeren Gesprächs bedurfte, wenn nicht sogar mehr als eins, um mich, wie in anderen Situationen auch, wieder aus dem Dilemma zu befreien. entscheidend für mich aber war, dass ich nicht gewillt war, mir die Freiheit des Denkens nehmen zu lassen. Mag sein, dass ich hier in der geschlossenen Klapsmühle angekommen war, aber genauso klar war mir, dass nichts und niemand mich davon überzeugen konnte, irgendeine heilende Pille zu schlucken. Immer wieder dachte und sagte ich, es ist ein schmaler Grat zwischen Genie und Wahnsinn. Niemand wird mich überzeugen können, die Pille zu nehmen, die für immer das Genie in mir zum Schweigen bringt. Mit dem Abstand und dem Wissen von heute kann ich darüber nur schmunzeln. In der damaligen Situation ging es für mich um alles. Um meinen Genie. Und so ganz ist es ja auch nicht von der Hand zu weisen. Die Sache mit dem Genie und dem Wahnsinn. Bedenkt man, dass viele bipolare Menschen besonders kreative Köpfe sind. Denn zur Kreativität gehört auch das Ausleben der eigenen Emotionen jenseits der normalen Gefühlskabiatur. Kurzum, für den Moment war ich nicht bereit, die mir angebotenen heilenden Pillen zu schlucken und verweigerte jegliche Meditation außer meiner Heilfautappette. Im Übrigen schrieben mir die Nacht vom 21. auf den 22. November des Jahres 2013. Sprich, ich befand mich an dem Tag meiner eigenen Cluberöffnung am anderen Ende der Republik in der Psychiatrie. Na bravo! Weiter konnte man gefühlt und geografisch nicht vom Abend seines Lebens entfernt sein. Beim Einchecken in diesen elitären Club der Verhaltensordinellen hatte man alles abzugeben, was man für gewöhnlich in der heutigen Zeit zum Leben brauchte. Insbesondere alle technischen Geräte, mit denen man eine Verbindung zur Außenwelt aufbauen konnte. Selbst eine Beiger Kulturbeute wurde auf Gegenstände untersucht, die unter Umständen eine Gefahr für einen selbst oder einen anderen darstellen konnte. Da ich mitten aus dem Leben, also nicht nur aus der WG bei Ines, sondern auch aus dem Taxi herausgeflogen und zu Fuß ins UKE spaziert war, hatte ich nicht sonderlich viel Gepäck bei mir. Es beschränkte sich auf meine geliebte Bau-Bau-Bag und dem, was ich am Körper trug. In der Bau-Bau-Bag befanden sich meine beiden iPhones, ja ich war wichtig und benötigte in dieser Zeit gleich zwei private Smartphones, meine Geldbörse, Gott sei Dank hatte ich auch noch irgendwo auf dem Weg an einem Automaten Geld geholt, der war sie also nicht, und Zigaretten. Und damit hatte ich genau das, was man auf der geschlossenen braucht. Geld und Zigaretten sind die Tauschwerden überhaupt in diesem Mikrokosmos, wie ich später noch feststellen würde. Und dann hatte ich noch etwas dabei, was ich niemandem erzählte. Bis heute weiß ich nicht, ob sie es wirklich nicht entdeckten oder ob sie mich einfach gewähren ließen. Ich hatte ein drittes Handy am Körper versteckt. Es war ein nicht sonderlich großes, ganz normales Nokia-Handy. Kein Smartphone, sondern ein einfaches Handy, welches nicht viel mehr konnte als SMS schreiben und telefonieren. Dafür aber mit einer gefühlten ewig langen Akkulaufzeit. Mein absoluter Notfallbrach in die Welt nach draußen, über welchen ich schwieg und den hütete wie mein Augapfel. Denn die Sachen, die man bei sich fühlte, wurden nach der Ankunft nicht nur katalogisiert, sondern auch zu großen Teilen einkassiert. Ich traute meinen Augen und Ohren nicht, als man mir einen DIN A4-Zettel aushändigte mit der Hausordnung und den Verhaltensregeln. Schwarz auf Weiß musste ich lesen, dass es ein generelles Verbot für technische Geräte, die Handys, Smartphones und Laptops gab. Und man sich diese nur zweimal am Tag für jeweils eine halbe Stunde aushändigen lassen konnte. Da stand ich und dachte, wunderbar, das ist hier ja wie im Knast. Umso mehr beruhigte mich mein Wissen über mein Geheim. Als äußerst positiv nahm ich die bunt gemischte Truppe an Patienten wahr. Ob nun Bildungsgrad oder Geschlecht, meine Oma würde sagen, es war ein Kessel buntes. Ich fand es einfach nur wunderbar. So war in den Hamburg Männlein und Weitlein gemeinsam untergebracht. Dies ist relativ untypisch. Generell wird man getrennt voneinander betreut, um dem Problem der sexuellen Übergriffigkeit aus dem Weg zu gehen. Doch darüber dachte ich in diesem Moment gar nicht nach. Ich für mein Teil begrüße diese bunte, illustre Runde. Denn diese Mischung versprach eine interessante Tischgesellschaft und somit ein gutes und abwechslungsreiches Gespräch. Die Tatsache, dass sich die Abteilung im Erdgeschoss befand und es auf beiden Seiten einen Garten gab, in welchem man tagsüber rauchen und spazieren gehen durfte, fand ich unglaublich toll. Für die Abend- und Nachtstunden waren diese Gärten zwei gesperrt. Doch zugleich gab es die Erlaubnis, im Zugangsraum zum Garten seiner Leidenschaft für die Zigaretten nachzugehen. Folglich wurde dieser Ort zu dem, an welchem ich mich, wie viele andere Patienten auch, die meiste Zeit während meines Aufenthalts aufliegt. Ja, man muss es auch beim Namen nennen. Schließlich befand ich mich im Krankenhaus auf einer Station, weder in einem Hotel noch in einem Gefängnis. Angeführt hat es sich häufig wie letzteres. Eingehend wollte ich mir natürlich ersteres. Der Kontrollstützung der Schwestern und Pflegern befand sich mittig im Verwaltung der INT-angeordneten Station und ich war direkt hinter der eigenen Tür im ersten Zimmer untergebracht. Welches auch sonst. Schließlich war ich natürlich der wichtigste Mensch hier und hatte, wenn ich schon zu Unrecht festgehalten wurde, das erste und beste Zimmer zu kommen. Der Teufel steckt mal wieder in manischen Detail. Irgendwie überstand ich die erste Nacht und am folgenden Tag nutzte ich in aller Frühen die Gunst der Stunde zu einem kurzen Spaziergang im Hut. Gaben. Unbemerkt, noch im Geben vom Dunkeln der Nacht, rieb ich sowohl Katrin als auch Sibylla an. Wirklich erklären kann ich nicht, wieso meine Synapsen Sibylla ausleben. Sie hörte, wie viele andere, zu meinem Freundeskreis. Vielleicht erinnerte ich mich wieder. Mein Unterbewusstsein daran, dass ich bei meinem Umzug von Stuttgart nach Ausdruck meiner Wetterin in der Not gewiss war. Beide versuchten auf jeden Fall mich zu beruhigen und mir Zuversicht zu spenden. Vor allem meine herzensgute Freundin Sibylla rieb mir eindringlich, den Herrschaften keinesfalls zu widersprechen. Im Gegenteil, ihr Ratschlag lautete, je mehr ich mache, was die sagen, desto eher sei ich wieder in Freiheit. Auch hätte ich nie für möglich, geilen, welche wichtige Rolle sie in den kommenden Monaten und Jahren noch in meinem Leben spielen würde. Ich beendete das Telefonat mit dem Versprechen, mich so schnell als möglich wieder zu melden und verstaute meinen heißen Rad zu außen. Sie hatte gut reden, macht was die sagen, nein, 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 ich wollte diese Pille nicht, never, nur über meine Leiche, so dachte ich, mein Leben, mein Genie, ihr habt alle keine Ahnung. Nach einer weiteren Zigarette ging ich zurück ins Warmen. Es gab Frühstück und dann kam er, der Termin des Tages. Eine Richterin rauschte an und durfte entscheiden, ob ich einen Unterbringungsbeschluss bekomme. Fühlten sich den Armen zuvor wahrscheinlich noch Ines und Clarissa wie im falschen Film, warteten nun nicht auf die Versteckte-Kamera. Leider waren wir hier nicht bei Verstehen Sie Spaß, sondern auf der geschlossenen der SUKA E. Und so sollte tatsächlich darüber entschieden werden, ob ich für eine bestimmte Anzahl von Tagen diese Station nicht verlassen darf. Ich traute meinen Ohren nicht. In Gedanken war ich immer noch bei dem Punkt, wer freiwillig kommt, darf auch freiwillig wieder gehen. Ich war gespannt, wie sie dies juristisch begründen wollte. Aber da saß ja auch noch diese dusselige Ärztin vom Vortag, der ich überhaupt zu verdanken hatte, dass ich hier war. Und dann war ich einfach nur noch sprachlos. Die Ärztin behauptete allen Ernstes, ich hätte am Tag zuvor gedroht, sie mit HIV zu infizieren. Mein Einspruch, dass dies in keinster Weise stimmte, wurde überhaupt nicht wahrgenommen. Die Richterin hatte genug gehört und ich hatte einen Beschluss über sieben Tage Haft an der Wacke. Ja, Sie lesen richtig. Für mich fühlte sich der Beschluss wie Haft an. Ich fühlte mich verurteilt wie in einem Staat ohne funktionierendes Rechtssystem. Das konnte und durfte doch alles nicht wahr sein. Immerhin hatte ich mein erstes juristisches Staatsexamen, also verstand ich auch ein bisschen was von unserer Rechtsordnung. Doch es half alles nichts. Das hatten sich diese beiden Hexen ja wunderbar zusammengereimt. Ich war außer mir und fühlte mich ungerecht behandelt. Die Tatsache, dass ich emotional völlig überfordert gewesen war in diesem Moment, wurde direkt so interpretiert, dass ich dringend Medikamente zur Beruhigung benötigte. Die Ärztin lächelte mich an und sagte nur, Sie haben die Wahl zwischen Tablette oder Spritze. Und ich antwortete keins vorbei. Was bildete die sich eigentlich ein? In meiner Wahrnehmung war sie eine der selbsternannten Halbgöttinnen in Weiß. Aber so einfach war das nicht mit dem Nein Sagen. Schließlich kämpfen wir weder auf neutralem Boden noch eins gegen eins. Ganz im Gegenteil. Wir befanden uns auf der geschlossenen Abteilung der Psychiatrie und wie es der Name bereits vermuten lässt, gab es kein Entkommen. Sie hatte die muskulösesten Krankenpfleger der Station im Steppau, die mich auf mein Zimmer begleiteten. Und dort kam es dann zum Showdown. Denn eins war sicher, wenn es um alles, ich bedauere es nochmals, um alles, nicht mehr und weniger als mein Genie, dann entwickelte sogar so ein ausgemergelter Spargel-Tatsan wie ich Mammutkräfte. Dies half aber alles nichts. In meinem Zimmer sprang die Ärztin herum, die Pfleger versuchten mich zu bändigen. Ich sah nur einen Psyllentöpfchen vor und einen Pfleger mit einer Spritze in der Hand neben mir auftaucht. Ich schlug dem einen Pfleger die Spritze und dem anderen das Tablet mit dem Pillentöpfchen aus der Hand. Und dann ging auf einmal alles ganz schnell. Ein Pfleger hielt mich mit brachaler Gewalt fest. Die blauen Flecken sollte ich noch Tage später an meinem Arm sehen. Der Raum füllte sich mit weiteren Pflegekräften und ich wurde im Bett fünf Punkte fixiert. Wer nicht weiß, was das bedeutet, Arme und Beine werden gefesselt und man bekommt zusätzlich noch ein Beckenhurt, der verhindert, dass man sich im Bett aufräumen kann. Dachte ich schon, schlimmer geht nimmer, als mich der Taxifahrer auf den blanken Asphalt bzw. in die Gosse geworfen hatte, war ich nun an einem neuen Tiefpunkt angenommen. Fünf Punkte fixiert in einem Bett in einer geschlossenen Abteilung. Aber nach wie vor hatte ich noch keine Tablette gegen mein Genie genommen. Doch lag ich nun in diesem Bett und konnte mich nicht bewegen. Die Stunden zogen an mir vorbei, ich dachte darüber nach, was eigentlich noch übrig geblieben war von meinem Stolz und meiner Würde. Denn eins hatte ich mir bis zu diesem Moment ja nach wie vor bewahrt, das für mich wichtigste auf der Welt, die Freiheit meiner Gedanken. Und da das so spannend ist, lese ich direkt das Anschlusskapitel, wie es denn weitergeht. Es hat den tollen Titel Das Zentrum der Macht der Welt. Während ich zwar nicht im Kerker an Ketten gefesselt in einem dunklen Vergieß verweilte, sondern in einem Bett lag und mit Gurken körperlich ruhiggestellt worden war, liefen mein Kopf und meine Gedanken auf Hochdur. Die Stunden und Gedanken zogen an mir vorbei und irgendwann setzte sich ein neuer Prozess in mir entlang. Ich nahm eine neue Betrachtung der Situation vor. Es begann für mich abzugehen, was mir mehr bedeutete. Die Freiheit der Gedanken oder meine Bewegungsfreiheit. Ich setzte mich damit auseinander, ob die Einnahme einer Pille wirklich mein freies Denken und mein Genie zerstören könnte. Und was mir mein Genie nützte, wenn ich auf unabsehbare Zeit hier so angegurtet liegen würde. So kam ich zu dem Ergebnis, dass ich bei der nächsten Gelegenheit, also wenn die nächste Pflegeperson ihre Nase in mein Zimmer stecken sollte, im Rahmen meiner Möglichkeit versuchen würde, ein vernünftiges Gespräch zu suchen über das Thema, was denn erforderlich sei, um die derzeitige Situation zu verändern. Irgendwann kam tatsächlich eine Schwester vorbei, schließlich benötigte man ihr auch mal Essen und Trinken. Und ich fragte sie, wie die Situation zu verändern sei. Sie sah mir lange und tief in die Augen und sagte, sie sei nun seit 30 Jahren Psychiatrie-Fachkantenschwester. Dies müsste ihr jetzt einfach glauben. Und wenn ich möchte, dass mir diese Gurte Stück für Stück wieder abgenommen würden, müsste ich diese Tablette nehmen. Ein paar Stunden später würde der erste Gurt entfernt und dasselbe würde dann in den weiteren Stunden mit den übrigen Gurten ebenfalls geschickt werden. Bis heute weiß ich nicht, wieso ich dieser Dame vertraute. Vielleicht war es einfach ihre müterliche, ruhige und besonnene Art, ihre Güte und Milden, die sie ausstrahlte. Vielleicht war es auch einfach das Ergebnis meiner Abwägung, dass mir meine Freiheit der Gedanken so gefesselt einen Scheißdreck nützte. Kurzum, ich vertraute innerlich den magischen Worten der Glaube versetzt werde. In dieser Situation ging es nicht um den Glauben an Gott, sondern um den Glauben an die Worte dieser Dame. So nahm ich diese erste Tablette und alles kam, wie sie es versprochen hatte. Ein paar Stunden später konnte ich mich also endlich wieder frei bewegen, zumindest in der geschlossenen Abteilung. Und endlich konnte ich auch wieder mit den anderen Patienten einen Klausch halten und einen Zigaretten bauchen. Immer mehr realisierte ich, dass auf dieser Station schon sehr verhaltens originelle Menschen unterwegs waren. Am meisten und eindrücklichsten ging mir Tina in Erinnerung, die sich für die heimliche Schwester von Udo Lindenberg ging und ständig irgendwelche Bilder malte oder versuchte, mir die Welt zu erklären. Hinter vorgehaltener Hand erzählte sie mir, dass wir uns hier im Zentrum der Macht der Welt befinden, wo sämtliche Geheimdienste dieser Erde angesehen sind. CIA, NSA, KGB, Stasi, BND und, und jeden Patienten ordnete sie einem anderen Geheimdien zu. Immer wieder erwähnte sie mich, Thorsten, du musst genauer hinschauen, dann siehst du, wie merkwürdig sich alle verhalten. Wunderbar, jemand, dessen Kopf sich gerade im dauerhaften Ausnahmezustand befand, war sehr abhängig für eine solche Art der Betrachtung der Situation. Ganz besonders hatte es Tina eine bestimmte Patientin angetan. Mit geheimnisvoll leiser Stimme sagte sie zu mir, schau dir mal die Mundwinkel dieser Frau an. Die kann niemand auf der Welt wegschminken. Gut, sie trägt eine schlechte Perücke, aber es ist und bleibt Angela Merkel. Ich war sprachlos und schaute, wie gebannt er auf die Mundwinkel dieser Patientin, während Tina weiter auf mich einwegte. Ist dir noch nicht aufgefallen, dass jedes Mal, wenn sie in ihr Zimmer geht, kurz vorher ein Helikopter landet und jedes Mal, bevor sie aus ihrem Zimmer kommt, ebenfalls, sie hat einen geheimen Ein- und Ausgang in ihrem Zimmer. Ich war von Blüft. Kontrollierte in der Folgezeit diesen Aspekt mit dem Helikopter und Tina hatte recht, als wären Tinas Behauptungen nicht schon wahrwitzig genug gewesen, da selbstständigen sich in dieser Zeit nachts im Schlaf auch noch meine Fantasien. So träumte ich unter anderem, dass Adolf Hitler mit Erich Honecker im Führerbunker sitzt und Fasching feiert, während Zeitung muss sie ihn den Champagner einschenken. In diese Art der Gedanken passen diese Tina-Theorien und da ich diese Helikopter ja selbst hörte, musste auch etwas dran sein an dem, was sie sagte. Viel später erfuhr ich, dass zu dieser Zeit der Chefarzt des UKE im Sterben lag und Spezialisten aus allen Himmelsrichtungen eingeflogen wurden, um sein Leben zu retten. Aber ich saß ja nicht in einem Café, trank Kaffee und lasse die Tageszeitung, die mir diese Information gegeben hätte. Nein, ich befand mich im Zentrum der Macht der Welt und versuchte, mir die Geheimagenten vom Hals zu halten. So eine geschlossene Station ist schon ein Mikrokosmos für sich. Dann war da ein Patient, der ständig die Mauer im Garten prüfte und nach einer Möglichkeit suchte, diese zu überwinden. Denn eins war allgemein, auf einer solchen Station hat jeder nur den Wunsch, gehen zu dürfen. Jeder hat seinen großen eigenen Traum von der Flucht. Er sagte mal zu mir, wenn du es schaffst, rauszukommen, tu alles, um nie wieder reinzukommen. Mit meinem geheimen Handy telefonierte ich, wann immer es mir möglich war, mit Sibylle, die mir immer wieder den Ratschlag gab, mich so unauffällig wie möglich zu feiern. Je besser mir dies gelingen würde, desto schneller wäre ich wieder draußen. Sie gab mir die Zuversicht, dass ich es schaffen würde. Weiter hat mir ein Patient, der es mir optisch sehr angetan hatte. Er sah für mich aus wie mein Liedlingsschauspieler Florian David Fitz. Ich bewegte mir ernsthaft ein, dass er es war. Da konnte er noch so viel Bulgarisch oder Rumänisch sprechen. Wahrscheinlich war das alles Tarnung. Und wenn das hier schon das Zentrum der Macht der Welt ist, dann lag es auch nicht außerhalb jeglicher Wahrscheinlichkeit, dass einer unserer berühmtesten Schauspieler hier unter einer anderen Identität Schutz suchte oder sich auf eine Empfehlenrolle vorbereitet. Das Highlight in diesen Tagen war aber sicher der Besuch meiner Nachmannin Ines, die ich Tage zuvor so sehr beleidigt hatte. Sie hatte sich sortiert, hatte all ihre Kraft zusammen und sich selbst zurückgenommen und war gekommen, um mir ein paar Sachen zu bringen. Und, um mich zu besuchen, im Gepäck hatte sie Schokolade und Zigaretten, also beisam für die Seele und rote Boulogas, aber die ohne Zusatzstoffe. Sie sagte mit ihren ganz eigenen Zwinkern, Thorsten, wenn schon brauchen, dann die Gesungen. Im Gespräch berichtete sie mir von ihrer großen Angst um mich, von meinem Abrauschen mit dem Auto, von ihrer Sorge, ihrem Abtelefonieren der Hamburger Krankenhäuser, am Folgetag und der Last, die ihr vom Herzen gefallen war, als sie im UKE endlich fündig wurde. Man hat hier explizit ausgerichtet, dass ich von ihr gesprochen hatte, die fragte mich, wo denn mein Auto wäre. Ich antwortete, irgendwo bei dir in der Nähe, ich glaube an irgendeiner Tankstelle. Ich berichtete hier von allem, was mir widerfahren war. Angefangen bei dem Taxifahren und der Bootlandung auf dem Asphalt, der daraus resultierten Schürfhunde, der Ärztin, der Fünfundfixierung und natürlich berichte die Küche auch von Florian Dappen-Fitz, Frau Merkel und dem Zentrum der Macht der Welt. Wenn ich heute auf diese Situation bin, kann ich meiner süßen Ines nur folgendes weg und die größte Anerkennung auszusprechen. Also genau das, was ich hier in ihrer Küche verweigert habe, dafür, dass sie mich gesucht und gefunden hatte, dass sie sich nichts von ihrer eigenen Erschöpfung anmerken ließ, sondern versuchte mir, Kraft, Mut und Zuversicht zu stellen. Und bei The Bay natürlich auch dafür, dass sie sich erst mal auf die Suche nach meinem Auto begeben wollte. Zum Abschied nahm sie mich in den Arm, drückte mich ganz fest an sich und weinte mehr als eine Träne. Doch es half ja mal wieder alles nichts, denn nicht nur die Handyzeiten, sondern auch die Besuchszeiten waren hier begrenzt. Und dann war ich wieder allein, allein mit meiner Gedankenwelt und ich ging erst mal eine von den gesunden Zigarreienbrauchen. Vielen Dank. Man merkt in diesem Kapitel, ja, du schreibst so das Leben in der Psychiatrie, die verschiedenen Patientinnen, Menschen, die verschiedene Wahrnehmungen haben. Du hast ja lange nicht eingestehen, also die eingestehen wollen, deine Bipolare erbranken, wolltest keine Medikamente dagegen nehmen und dann gab es plötzlich durch deine Freundin, die dir ein Buch brachte von Sebastian Schlösser, ein bekannter Theaterregisseur in Hamburg, Schauspiel in Hamburg, angeschrieben. War er, ja. Und hat selber dann eine bipolare Störung diagnostiziert bekommen. Er war sehr erfolgreich, aber er sprach dann ja auch von diesem Druck, von den Premieren, von diesen Höhenflügen, von den Kritiken, die ihn dann wieder runtergeholt haben. Also wurde dann auch diese Schwelle, diese kritische Schwelle dann erreicht, wo sich dann diese Störung ausgebildet hat, diese Erkrankung. Und dieses Buch, diese Ergebnisbeschreibung, das er ja eigentlich für seine Kind-Tochter und so, er hat dann jetzt auch eine Tochter, aber er hat es für seine Kinder quasi geschrieben, dass die lernen, zu verstehen, wie der Vater eigentlich drauf ist. Weil er sagt ja, die sind ja vorbelastet auch, genetisch, und dieses Erbe hinterlässt er ihnen, als will er ihnen wenigstens erklären, was da, warum er eigentlich so ist, wie er ist. Und dieses Buch, das du dann gelesen hast, hat dich unglaublich beeindruckt, so habe ich das verstanden, hat irgendwie was verändert, eine Einsicht gebracht, dass du ja irgendwie auch dieses Problem hast. In der Tat, also dieses Buch von Sebastian Schlösser, lieber Mats, der Papa hat eine Meise, das war mein Game Changer in Bezug auf bipolare Störung. Ich habe das von meiner mütterlichen Freundin Hilke in die geschlossene Psychiatrie in Stuttgart geschickt bekommen, da war ich da, also das kommt viel später im Buch, da war ich dann ja mal vier Wochen per Unterbringungsbeschluss, aber ich hatte den Richter immerhin zwei Wochen abgehalten, also ich sollte sechs und habe nur vier gekriegt, das war ja schon ein Erfolg. So, das fand aber leider Gottes über meinen Geburtstag statt, den ich eigentlich auf Sylt mit der Woche der Freundschaft feiern wollte, das haben aber meine Freunde Gott sei Dank im Hintergrund schon alles abgesagt und dann habe ich meinen Geburtstag auf der geschlossenen Abteilung gefeiert, beziehungsweise meine Freunde kamen unter anderem Harald, der den Piers-Preuzeh-Kuchen gebacken hat, die kamen dann, ich glaube es waren acht oder zehn Leute kamen, haben alle unterschrieben, ich habe einen, anderthalb Stunden Sonderausgang bekommen, die haben mich aber fünf Minuten schon wieder zurückgebracht, wenn ich es richtig im Kopf habe, da wollte keiner eine Gefahr eingehen, nein, aber es war super, super schön, ich kamen, es war schon ein sehr besonderer Geburtstag, also ich muss auch dazu sagen, dass ich ja ein großes Glück hatte, ich hatte in den Freundeskreis, die hatten eine WhatsApp-Gruppe, die haben es ja abgesprochen, ich habe jeden Tag Besuch bekommen, also das hat längst auch nicht jeder, und an dem Geburtstag kam ich mit Kuchen und Champagner, das war das letzte Mal, das Alkoholtrank in meinem Leben, und dieses Buch war aber so wichtig, weil ich das gelesen habe, und gedacht habe, okay, egal was der hat, das habe ich auch, also das brauchen wir jetzt nicht mehr diskutieren, also das waren halt so Momente, der beschreibt halt, wie der im Vorbeigehen für 2000 Euro einen Armani-Anzug gekauft hat, ich habe einen Rutschi-Anzug gekauft, ja, und da waren so viele Deckungsgleichheiten, dass ich einfach so dachte, okay, was der hat, ich habe das definitiv, und das schwierigste Moment bei so einer psychischen Erkrankung oder bei einer bipolaren Störung ist halt dieser Moment, dass du erkennst, dass du diese Erkrankung hast, das nennt sich das Erlangen dieser Introspektionsfähigkeit, damit du überhaupt so etwas wie diese Compliance entwickeln kannst, dass du mitarbeitest bei der Therapie, weil das bringt dir gar nichts, wenn der Patient nicht mitarbeitet. Und das habe ich durch dieses Buchlesen habe ich letztendlich diese Introspektionsfähigkeit entwickelt, weil ich beschreibe diese bipolaren Störungen gerne als Marathonlauf. Das ist ein wirklicher Marathonlauf, den du läufst, und ein Marathonlauf macht nur Sinn, wenn du weißt, wo das Ziel ist. Wenn du nicht weißt, wo du hinst, also wenn du das Ziel nicht kennst, brauchst du gar nicht loslaufen, dann läufst du in 99% der Fälle in die falsche Richtung. Also du solltest das Ziel schon kennen, sonst macht das keinen Sinn. Und ich hatte das unglaubliche Glück, dass ich bei meinem Marathonlauf des Lebens hatte ich ein Team, was neben mir einen Staffellauf gemacht hat. Ich hatte so viele Menschen, die wie in einem Staffellauf neben mir hergelaufen sind. Und immer wenn einer erschöpft war, hat er den Start an jemand anderes weitergeweilt. Also ich hatte so eine riesen soziale Hängematte, wo mich immer jemand akut begeistert hat, sage ich jetzt mal. Und das hat längst nicht jeder bipolare Mensch, weil du als bipolaren Mensch auch richtig ätzend für dein Umfeld sein kannst und da auch wirklich den Rücken nicht nur abbrichst, sondern so deutlich abbremst, dass es da auch keinen Weg zurück gibt. Diese Freundschaft, von der du gerade sprichst, die immer für dich dann da war, auch wenn es für dich sicher schwierig war, weil du auch ästlich reagiert hast, oft undankbar warst, Ausbrüche hattest, auch verletzend warst, wie du das schilderst, aber die waren immer irgendwo für dich da. Das war so ein Netz, das war eine große Ressource auch für dich, eine menschliche Ressource, eine emotionale Ressource, wie ich das verstanden habe. Bist du da heute sehr dankbar, im Rückblick, dass du sagst, es war irgendwie eine Flügung, dass solche Menschen in deinem Leben waren? Weil das ist ja nicht selbstverständlich. Wieder ziehen sich ja auch dann zurück, wenn man merkt, jemand ist krank, will man vielleicht, es ist einem zu anstrengend, man zieht sich zurück, waren sicher auch Menschen, die sich zurückgezogen haben, aber für diese große Ressource, für diese emotionale, welche Dankbarkeit hast du da heute? Da habe ich eine unendliche Dankbarkeit, das kann man auch schwer in Worte fassen, das ist mir auch bewusst, das ist ja was ganz Besonderes ist und ich frage da wirklich eine sehr große Dankbarkeit, wenngleich natürlich auch gar nicht mehr alle Leute jetzt in meinem Leben vorkommen. Leben bedeutet natürlich auch Veränderungen, aber es steht auch in einem Kapitel eigentlich auch genauso geschrieben, dass ich der Ansicht schon auch bin, dass Leben ja Veränderung bedeutet und dass wenn man den gleichen Ausgangspunkt hat und sich unterschiedlich entwickelt, dann sollte man ohne Zorn und Missgrund auseinander gehen, sollte sich das Gute im Herzen behalten, weil letztendlich sollte man dann die andere Person einfach das Leben leben lassen, was es möchte, weil nichts anderes erwartet man ja für sich und sein Leben auch, dass man sein Leben so leben darf, wie man das selbst möchte. Und was aber gar nichts daran ändert, dass ich, mal abgesehen von, es gab halt auch Menschen, die mir jetzt nicht so wohl gesordnet waren oder die mir wirklich auch blöd mitgespielt haben und das ist dann natürlich schon wieder noch schwieriger da, zu sagen, okay, ich wünsche dir alles Liebe und Gute oder so, aber so grundsätzlich bin ich schon eher ein Mensch, ich bin auch ein Mensch, ich habe noch nie ein Neid in meinem Leben empfunden, ich wünsche jedem das Beste auf dieser Welt, weil ich davon felsenfest überzeugt bin, wenn es jedem gut geht, dann sind wir auf einer besseren Welt. Und die nehmen mir an, wie es ein Mensch geht, in dem es gut geht. Du hattest ja viele Seiten, diesen Höhenflug, diese manische Phase beschrieben, in den früheren Jahren und wenn du jetzt so zurückblickst, auch diesen Erfolg, diesen geschäftlichen Erfolg, der für einige Zeit dann da war und du warst ja jetzt in letzter Zeit auch Vorstand in der EZB Baden-Württemberg, wie lebst du jetzt? Bedauerst du das, dass ich vielleicht Sachen nicht realisiert habe oder wie muss man sich jetzt so dein Leben, dein Alter vorstellen? Mein Alter ist jetzt. Also Leben bedeutet immer Veränderung und mein Leben, wie lebe ich jetzt? Das ist auch das letzte Jahr, ist ganz anders verlaufen, als ich das ursprünglich konzipiert hatte. Also ich bin ja jetzt auf dem Absprung nach Hamburg, also nächste Woche ziehe ich nach Hamburg. Allerdings war das so auch ursprünglich mal gar nicht so geplant, aber meine ehemalige Chefin, die mich sehr supportet hat, die hat ihren ganzen Support zurückgezogen, sondern hat mir erst steigend dann in den Weg gelegt, die hat mich aufgrund einer Lesung, die sie mir zugesagt hatte, was ihr dann doch nicht mehr recht war, hat sie mich außerordentlich fristlos gekündigt. Ich habe mit ihr jetzt über ein Jahr lang einen Arbeitsrechtsprozess geführt. Das sind keine schönen Dinge, wenn man sich dann noch darüber streiten muss, dass einem noch hunderte Überstunden und Urlaubstage und sonst was alles zustehen. Das ist einfach nicht schön. Und wenn so ein Mensch, der einen eigentlich supportet hat und der eigentlich auch sehr gerne oder viel angesehen ist in der Spulen und auch in der HIV-Community irgendwie über mich so Sätze fallen lässt, wie ich habe ihn aus der Gosse gezogen und dahin drücke ich ihn zurück, ist das nicht schön. Das kostet extrem viel mentale Stabilität. Und es ist keine Flucht aus Stuttgart, aber eine bewusste Entscheidung, dieser Frau keine Macht mehr über mich zu geben. Und genau deswegen ist die ganz andere Ende von Deutschland, weil ich das Leben in Stuttgart noch nicht mehr ertrage. Ich ertrage es nicht mehr. Ich habe mein Amt der AIDS-Hilfe letztendlich auch niedergelegt, weil ich auch da die Berührungspunkte nicht mehr ertrage. Aber ich bin genügend pragmatischer, lebensbejahender Optimist, als dass ich für mich einen Weg finde, mit diesen Dingen umzugehen. Aber einfach ist das Leben ja nie. Es passiert ja immer irgendwas. Das Leben bedeutet ja einfach, dass Dinge passieren, die du nicht reakuliert hast. Früher war dein Ziel, beispielsweise einen Nachtclub zu gründen, Party zu machen, Menschen Freude zu bereiten, selbst Erfolg zu haben. Was ist jetzt wichtig für dich? Was sind jetzt deine Ziele? Nach diesen ganzen Erfahrungen, nach dieser Introspektion, nach dieser Reflexion, dieser Krankheitsphase, dieser schwierigen Jahre. Was sind jetzt deine Ziele? Also mein Ziel ist, die Erhaltung meiner mentalen Stabilität steht an Position 1. Sonst werde ich immer gefragt, was ich mir wünsche. Das sage ich immer so plakativ. Das habe ich sogar früher schon gesagt. Ich wünsche mir Weltfrieden. Das hört sich so plakativ an, aber ich wünsche mir eigentlich Frieden, Gesundheit und weniger Leid und Missgunste auf dieser Welt. Und wenn das alles gegeben wäre, dann würde ich hier einfach ein Missleben, aber man darf ja hoffen. Letztendlich, ja, meine Mentalität, also meine mentale Stabilität und auch meine Gesundheit steht ganz oben. Und ansonsten hätte ich gerne ausreichend Geld, um meine laufenden Lebenshaltungskosten zu decken. Also ich bin niemand mehr, der Großkarriere machen möchte. Das ist auch gar kein Gang. Ich fange auch jetzt zum 1. Mai einen Job an. Ich werde bei der Deutschen Bahn im Bordrestaurant unterwegs sein und vielleicht den einen oder anderen wieder treffen und einen Kaffee verkaufen oder so. Genau, aber wer auf Reisen geht, kann Geschichten erzählen. Das ist ja schon das nächste Buch quasi völlig geschrieben. Oder das übernächste. Ja, also mir sind jetzt so Karriere und Erfolg und das, wonach ich früher so gehechtet habe oder gelechtet habe, das ist mir so 0,0 wichtig. Und früher, ich habe nicht schlecht verdient oder gut verdient. Und wenn ich meine Vision bekommen habe, dann bin ich erst mal zu Burger, zu Gucci, zu MS, keine Ahnung, und habe mir tolle, tolle Klamotten gemacht. Das ist mir alles sowas von unwichtig. Natürlich habe ich diese Dinger und benutze sie. Ich bin hier heute auch in Burger Fish-Scheid reingekommen, aber jetzt habe ich schon 10 Jahre alt. Also, oder sogar noch 11. Also Fakt ist, da hat sich sehr viel verschoben. Also sehr, sehr viel verschoben in meinem Wertekorsett. Aber ich glaube, das ist wirklich bei jedem Menschen, der so einen gesundheitlichen Schiffbruch erlitten hat. Also ich kümmere mich sehr viel darum, dass meine Psyche, die ja sehr lange gebraucht hat, zu gesunden, gesund bleibt. Ich stelle das immer so dar, also eine psychische Erkrankung heilt ja viel langsamer als eine körperliche Erkrankung, aber es dauert viel länger. Die Psyche eines Menschen, das kann man sich vorstellen, wie eine Pflanze. Wenn man, egal wie lange man sich um eine Pflanze gekümmert hat, wenn man das nicht weiter tut, geht die ein. Man muss sich jeden Tag aufs Neue um eine Pflanze kümmern. Oder man stellt sich die Psyche eines Menschen vor wie ein Teich, der zufriert. Das ist obendrauf erstmal nur so eine ganz dünne Schicht. Und die ist, bei jeglicher Erschütterung gibt es Risse und die gehen wieder kaputt und ist sehr brüchig. Und je länger das friert, desto stabiler und fester wird diese Eisschicht. Und irgendwann ist diese Eisschicht so stabil, dass man mit sich selbst schon laufen kann da drauf. Und das ist eigentlich dieser Zustand, den man ja erreichen möchte, dass man wieder mit Freude durchs Leben geht. Ich glaube, dass jeder, der sich in deiner Geschichte hier befasst oder sie liest, einen Profit daraus zieht. Wenn man sich da hinein denkt und aus deinen eigenen Schlüssen, glaube ich, schon davon profitieren kann. Und das kann man sehr empfehlen, dieses Buch. Das ist sehr spannend geschrieben. Und ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle mal ganz herzlich für deine Offenheit und auch große Achtung vor dem Erzählen deines Lebens. Ich glaube, wir hatten alle einen sehr interessanten Abend jetzt. Und wir freuen uns jetzt noch auf das letzte Kapitel, das du uns vorlesen möchtest. Genau. Da machen wir nämlich einen Riesenzeitensprung ins Jahr 2018. Da ist dann schon viel passiert in meinem Leben. Und Pascal Bütter hat eine schöne positive Begegnung. Genau. Wenn man so will, dann blieb mein Leben nahezu unspektakulär normal in diesem Sommer. Neben meiner Arbeit in der Tom-Star verbrachte ich meine Freizeit im Inselbad. Beim Kartenspielen, gegen mit Volker zum Badminton-Training, im Quiersportverhalten Abseits und an den Wolfgang hat man mich wie eh und je in Kingston. Vieles hatte sich zum Guten gewandt, wenngleich ich noch immer in meiner Albtraum-WG wohnte und Single war. Bezüglich meiner Wohnsituation sei ich nicht wirklich Aussicht auf Besserung. Der Wohnungsmarkt in Stuttgart war ein angespannter denn je. Hinzu kam, dass mir für eine eigene Wohnung schlicht und ergreifend das Budget fehlte und ein Umzug in eine andere WG auch nicht meine Wohnschlüsselung war. Irgendwie befürchtete ich, möglicherweise vom Regen in die Kaufe zu kommen. Und ich hielt den Grat zwischen Schlimmer geht nimmer und Schlimmer geht immer für sehr schmal. Die Änderung meiner Wohnsituation blieb für mich der Quadratur des Kreises. Und so fahrte ich dort, wo ich war und scheute die längst überfällige Veränderung. Nicht weniger kompliziert als die Suche nach der eigenen Wohnung gestaltete sich die Suche nach einem Partner an meiner Seite. Mit meinen mittlerweile 38 Jahren hatte ich wahrlich genügend Flirts, unverbindliche Abenteuer, Beziehungsversuche oder wie man es sonst nennen möchte, hinter mich gebracht. Im Grunde war ich seit 38 Jahren Single mit kurzfristigen Beziehungsversuchsunterbrechungen, die allesamt gescheitert waren und wenige Wochen bis Monate nicht überlebten. Auf die Frage, was ich denn suche, konnte ich immer beantworten, den netten, normalen, unständigen Typen von nebenan, dem Vertrauen, Respekt und Monogamie wichtig sind. In diesem Punkt war ich nicht bereit, Kompromisse einzugeben. Ich wollte die sexuelle Monopolstellung vergeben und erwartete, dass es auch umgekehrt. Die Realität ist, dass damit befühlt schon 95% der potenziellen Kandidaten ausscheiden, die alle ihr Glück in einer offenen Beziehung zu finden hoffen. Für mich, und das spreche ich nur für mich, ist das Konzept der sogenannten emotionalen Treue nicht überzeugend und ich halte eine offene Beziehung auch nicht für eine liberale Spule Erhobenschaft. Trotzdem muss das jeder für sich selbst entscheiden. Wahrscheinlich wird mein ansonsten durch und durch liberaler Geist in diesem Punkt einfach von einem konservativen Herzen ausgeheben. All das hatte nur leider schon damals zur Folge, dass ich mit meinem Wunsch nach einer guten Mischung aus Hirn, Herz und Sexappeal in Kombination mit Treue ziemlich allein auf weiter Flur stand. Aber wie sagt meine so kluge Oma immer, Thorsten, du musst lernen, dass du den Weg des Lebens auch ein Stück weit alleine gehen kannst und dabei glücklich bist. Die wichtigste Liebe im Leben eines Menschen ist die Liebe zu sich selbst. Denn es gibt nur einen Menschen auf der Welt, mit dem du 24 Stunden am Tag leben musst und das bist du. Und lebe so, dass du dich jederzeit im Spiegel ertragen kannst. Wie so oft komme ich nicht, um ihn zu sagen, recht hat sie, wie immer. Und genauso wenig kam ich damals, um ihn mir einzugestehen, dass meine beiden medikamentös gut eingestellten Grunderkrankungen an meinem Selbstwert gekratzt hatten. Häufig ging mir immer wieder die gleiche Frage durch den Kopf. Wer möchte schon eine Beziehung mit einem HIV-Positiven, der zugleich noch eine bipolarische Störung hat? Es ist die Art von Gedanken, die einem in Momenten des Alleinseins durch den Kopf gehen, die einem auch keine Freundin dieser Welt aus diesem nehmen kann. Es ist der Kampf mit sich selbst und dem eigenen Selbstwertgefühl. Man kann im Alltag noch so gut mit seinen Grunderkrankungen zurechtkommen. In dem Moment, wenn es um die Suche nach der Suche des Partners fürs Leben geht, ist dann doch alles ganz anders und gestaltet sich schwieriger, als man es selbst für möglich gehalten hatte. Grundsätzlich war ich mit mir im Reinen und ich hatte auch Frieden mit meinen Grunderkrankungen geschlossen. Sie gehörten zu mir wie meine Augenfarbe, mit dem übrigen Blau. Längst hatte ich aufgehört, eine Beziehung zu suchen und war dazu übergegangen, es dem Leben zu überlassen, dass ich irgendwann auch den richtigen treffen würde. Eines Tages in diesem Sommer betrat ein Mann die Bar und sein Lächeln verzauberte mich für den Augenblick. Direkt warf ich meinen Grundsatz keine Dates mit Gästen über Bord und aus einem Flirt an der Bar wurde ein ernstzunehmendes Dating in meiner Freizeit. Wir brachten viel Zeit miteinander in diesem Jubil. Doch ich machte einen Fehler, der mir so nie wieder passieren wird. Nach ungefähr vier Wochen hielt ich es für angebracht, mich ihm gegenüber zu hauten. Ich legte die Karten auf den Tisch und teilte ihm die harten Fakten in meiner Krankenschichte mit. Schonungslos ehrlich sprach ich über meine HIV-Diagnose und meine bipolare Störung. Ich berichtete ihm von meinem Weg der erfolgreichen Therapie in den vergangenen fast fünf Jahren seit der Diagnose. Und doch sprach ich gegen eine Wand und argumentierte gegen seine irrationale Angst vor HIV. Seine Unaufgeklärtheit machte mich zwar nicht sprachlos, aber noch perplex. Wie konnte man als Brudermann im Jahr 2018 nur so wenig über HIV wissen? Bei einem weiteren Treffen sprach er davon, dass sein Bruder ihn angerufen hat. Angerufen und gefragt er, wer denn dieser Typ auf dem Facebook-Bild sei? Der würde krank aussehen. Dieser Zaunpfahl winkte nicht von Weitem, sondern war in diesem Moment einmal direkt durch meinen Kopf gestoßen worden. Ernsthaft? Krank? Aus meiner Perspektive sah ich so vital und fit aus, wie seit meiner Diagnose nicht mehr. Der hätte nicht mal sehen sollen, als 16 Helfer zählen fünf Millionen in den Schach hielt. Oder sprang mir meine bipolar Störung aus den Augen. Ich wusste nicht, was sein Bruder meinte. Ich wusste nur, dass dieses Dating enden musste, bevor weiteres hätte entstehen können. Miteinander geschlafen hatten wir nicht, denn vor dem Akt der Akte stand für mich dieses Gespräch. Ich war völlig vor den Kopf gestoßen und in meinem Selbstwert tief verletzt. Schon allein die Tatsache, dass ich mindestens 10 bis 20 Menschen nach dem Gespräch befragte, wie vital und fit ich auf dem besagten Foto aussehe, oder ob sie finden, dass ich krank werden würde, zeigt, wie sehr mich diese Aussage mitgenommen hatte. Meine Lebensrettung war in dieser Situation Laura, die mir direkt von den positiven Begegnungen berichtete. Hinter dieser Wortkombination verbiegt sich der größte HIV und AIDS betroffenen Kongress Europas, welcher alle zwei Jahre in einer anderen deutschen Stadt stattfindet und in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum in Stuttgart feiern sollte. Sie erzählte mir von der magischen Wirkung dieser Begegnung, dieser Energie, welche 400 Menschen ausstrahlen, die aufeinandertreffen und vollkommen normal miteinander agieren, obwohl alle HIV auch positiv sind. Schlussendlich sagte sie zu mir, man kann diese Tage nicht mit Worten beschreiben, man muss sie erleben. Wenn mich etwas auszeichnete, dann war es mein unglaublicher Pragmatismus. Stets hatte ich die Worte Es ist, wie es ist und noch viel mehr die Worte meiner Oma, man muss aus jedem Tag das Beste machen im Kopf. Ja, ich war ein lebensbeleihender Mensch. Von heute rückbetrachtig kann ich nur sagen, manchmal wundert es mich selbst, woher ich immer wieder all die Kraft genommen habe und was mich immer wieder aufs Neue die Energie aufbringen ließ, jedem Schicksalsschlag anzulächeln und weiterzumachen. Wenn es überhaupt eine Antwort auf diese Frage gibt, dann ist es in drei Worten benannt. Meine soziale Hängematte. Diese war geknüpft aus meiner Familie, meinen Freunden und guten Bekannten. Diese Menschen gaben mir täglich aufs Neue Kraft. Jeder auf seine eigene Art. Die eine mehr, der andere weniger. Manch einer verabschiedete sich aus meinem Leben. Dafür kamen neue hinzu. Wie es nun mal so ist, auch hier gilt, Leben bedeutet Veränderung, Stillstand ist Rückschritt. Schon sehr früh in meinem Leben hatte ich mir in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen den Grundsatz zu all gemacht, dass Menschen sind, wie sie sind. Und wenn es irgendwann nicht mehr passt mit einem gemeinsamen Weg, dann soll jeder ohne Zorn und Missgunst seines Weges gehen. Ich fahrt die Ansicht, dass es besser ist, sich die guten Momente, welche sich ins Herz eingraviert haben, zu bewahren und die Person gehen zu lassen. Wichtig ist, dass man jedem das Recht lässt, seine eigene Vorstellung vom Leben zu geben. Schließlich erwartet man nichts anderes von seinem Gegenüber für sich selbst. Nun gut, auch wenn ich mich wirklich nie über eine zu geringe Anzahl an sozialen Kontakten beschweren konnte, tröstet einen selbst die engmaschigste soziale Hängematte nicht darüber hinweg, dass sie ihm nicht den einen gibt, der auf einen wartet, wenn man nach Hause kommt. Ob dies nun Glück oder Pett ist, liegt im Auge des Betrachters und kommt auf den Blickwinkel an. Im Grunde hatten die von mir aus erwähnten Männer Pett, dass sie sich mich entgehen ließen. Oder aber ich hatte Glück, dass aus uns doch nichts wurde. Man mag es sehen und drehen, wie man will. Am Ende blieben meine Prinzipien und Wünsche an eine Beziehung übe. Auch wenn Leben heißt, dass man Kompromisse eingehen muss, im Punkt Treue war ich definitiv genauso wenig bereit dazu wie im Punkt Ehrlichkeit. Nennen Sie es altmodisch, aber hier bin ich es sehr gerne. Ich bin mal wieder ganz nah bei meiner Oma, die immer sagt, lieber glücklich allein als unglücklich zu zweit. Dass mein erstes richtiges Date nach all den Jahren, welche von Tod, Krankheit und Gesundheit bestimmt waren, in einem solchen menschlichen Super-GAU endete, war ein ordentlicher, schussvoller Buch. Diesmal war es aber nicht mein Pragmatismus, der mich vor dem Kentern rettete, sondern der Masterplan mit den positiven Begegnungen. Diese kam genau im richtigen Augenblick nach Stuttgart und somit auch in mein Leben. Laura selbst war Schirmfrau des Kongresses und richtete Lauras Café den Meeting Point für kleine und große Begegnungen der 400 Teilnehmer aus. Für diese vier Tage wurde ich neben meiner Tätigkeit in der Tom's Bar zum ehrenamtlichen Teammitglied von Lauras Café und wann immer ich Zeit fand, nahm ich an den unterschiedlichsten Workshops teil. Eines steht fest, zu viel war mir eindeutig nicht versprochen worden. Diese Energie, das Wirrgefühl, einfach das Erleben der Normalität von HIV spendete so unglaublich viel Kraft. Und war im Inneren entstanden in diesen Tagen ein Schutzschild gegen menschliche Dummheit und Stigmatisierung in Bezug auf HIV, welches seine Wirkung nach außen entfaltet und mich bis heute, also auch noch Jahre später, nachhaltig schützt. Wenn man immer davon spricht, dass man in sich selbst ruhen soll, so kann ich nur sagen, dass ich seit diesen positiven Begegnungen mit mir und meiner HIV-Infektion mehr als im Reinen bin und mich genau das für den Alltag gestärkt hat. Mein eigenes Handeln und Denken korrigierte ich für die Zukunft in einem entscheidenden Punkt. Ab sofort stellte ich meinen eigenen HIV-Status an den Anfang des Kennenlernens. Ob nun bereits beim Schreiben vor dem ersten Treffen oder beim ersten Date, wenn es um ein Wiedersehen geht. Allerspätestens aber bei diesem. Denn, wenn man genauer darüber nachdenkt, ist es jemand, der mit dieser Erkrankung nicht umgehen kann oder nichts von endgleichend weiß, respektive sich nicht aufklären lassen will, nicht wert, dass man die eigene kostbare Zeit mit ihm verbringt. Denn diese Person passt einfach nicht ins und zum eigenen Leben. Die Zeit auf diesem Planeten ist endlich und somit verbringe ich meine mit Menschen, die es verdient haben. Diesen Rat gab mir meine mütterliche Freundin Wilke bereits vor 20 Jahren, als ich mich von St. Peter-Ording auf den Weg machte, die Welt zu erobern. Anstatt der großen beiden Welt wurden es zuerst die Hörsäle und die Bibliothek der Friedrich-Schiller Universität zu Jena. Doch hatten ihre Worte etwas Universelles. Thorsten, außerhalb der Geschäftswelt solltest du niemals mehr als 15 Minuten mit Menschen verbringen, die dir nichts bedeuten oder denen du nichts bedeutest. Denn die Zeit auf der Welt ist begrenzt und endlich. Du verbringe deine Zeit für Menschen, die es wert sind. 18 Jahre später hatte ich endlich den Punkt erreicht, diese Gebrauchsanweisung fürs Leben anzuwenden. Diese positiven Begegnungen hatten mich und mein Denken verändert. Man könnte auch sagen, ich war wie ein Computer durch die Reset-Taste neu gestartet und mit sehr viel Selbstwertgefühl formatiert worden. Mag sein, dass mir durch eine Teilnahme zwei Jahre zuvor in Hamburg viele unnötige Begegnungen und so manche verletzten oder auch stigmatisierende Situationen in meinem Leben erspart bedienen werden. Vielleicht hätten sie aber zuvor auch gar nicht eine solch durchschlagende Begegnung erzielen. Denn ich war und bin mir sicher, dass gerade dieser im Vorfeld erlebte menschliche Super-GAU mich für ein neues Mindsetting und dadurch für die wichtigen Botschaften dieser positiven Begegnung empfangsbereit gemacht hatte. Am Ende bleibt eins, wie es immer ist. Das ist mein geradliniges Denken. Dieses verbietet mir ein tiefgründiges Was-wäre-wenn, denn egal wie lange man darüber nachdenkt, was bleibt, ist die universelle Probeisheit, es ist, wie es ist. Auch wenn ich einen riesigen Schritt in meiner Selbstvernehmung und meinem Selbstwert gemacht hatte, gab es doch etwas, zu dem ich in diesem Sommer nicht bereit gewesen war. Als letzter Punkt auf dem Programm des Kongresses stand eine gemeinsame Demonstration durch Stuttgart und genau an diesem Punkt scheiterte ich an mir selbst. So war ich noch nicht bereit, mir das leuchtenblaue T-Shirt mit dem Slogan Gesicht zeigen anzuziehen und durch die Straßen der Stadt zu ziehen. Meinen inneren Konflikt besprach ich mit Laura und sie erklärte mir, dass es eine ganz andere Dimension ist, in der Stadt Gesicht zu zeigen, in der man lebt und arbeitet, als mit sich selbst im Reinen zu sein. Schließlich müsste man gut abwägen, welche Konsequenzen dies nach sich ziehen könnte, denn in diesem Moment würde man sich unumkehrbar für jedermann raunen. Schlussendlich fand die Demonstration ohne mich statt. Wehmütig schaute ich auf die Teilnehmer, welche sich nach und nach mit T-Shirts über den Kopf zogen, um dann zur Demonstration durch die Innenstadt aufzubringen. So groß meine innere Zerrissenheit auch war, in diesem Moment konnte und wollte ich nicht anlassen und für den Moment hielt ich mich an meiner neuen inneren Klarheit und im Umgang mit meiner HIV-Infektion und meinem gesteigerten Selbstwert fest. Das war so viel mehr, als ich mir von diesen vier Tagen jemals erträumt hatte. Herzlichen Dank für mehr als 15 Minuten voll war Zeit. Ja, ganz herzlichen Dank Thorsten für deinen Besuch hier im SUB, für deine interessante Lebensschilderung, für deine Offenheit und dein Plädoyer für einen selbstbewussten Umgang mit sich selbst, mit seiner Geschichte, mit einem selbstbewussten Umgang mit Krankheiten und auch mit der Einsicht, wie wichtig die Selbstachtung ist, gerade im letzten Kapitel auch nochmal beschrieben, eben Abstand von selbstverletzten Situationen zu nehmen. Ich glaube, das ist für jeden Menschen wichtig. Ganz herzlichen Dank für den besandten Abend, Thorsten. Danke. Danke auch ans Publikum für euer Interesse, für ihr Interesse. Und ja. Ja, ich habe mich ja sehr auf München gefreut. Ich wurde mich enttäuscht. Das ist eine sehr schöne Art. Hat das Publikum noch Fragen? Weil ich bin eigentlich auch gewohnt, dass das Publikum vielleicht noch irgendwie eine Frage da ist oder so. Die darf jetzt gerne gestellt werden. Traut sich niemand. Und die erste ist immer die schwerste Frage. Ich wollte mir zumindest noch die Möglichkeit geben, falls noch eine Frage ist. Anscheinend nicht. Dankeschön. Ansonsten danke ich, dass ich hier sein kann. Dankeschön. Wir wünschen dir auch auch im Namen des Zug alles erlänglich Gute auch für deinen weiteren Weg. Privat, beruflich, gesundheitlich und es sieht alles gut aus. Du bist heute genauso wie Frau unterwegs wie damals. Also, das kann ich vielleicht noch sagen. Das war eine ganz interessante Sache. Also ich bin ja mit Ines und Clarissa auch weiterhin noch befreundet. Also die beiden Mädels, wo das in der WG in Hamburg so explodierte und in der Polizei rief und so. Und die Ines habe ich in Zürich besucht. Und die Clarissa wohnt in Hamburg und mit der hat es Silvester gefeiert und die hat sowas ganz Schönes gesagt, weil die Clarissa sagte, Thorsten, ich bin so stolz, dass ich meinen alten Thorsten wieder habe, aber ohne die ganz großen Gefühle, ganz oben und ganz unten, aber mit Gefühl. Dass du Freude erlebst, dass du auch mal traurig bist, aber diese ganz großen und die ganz schlimmen Runden sind nicht da, sondern einfach nur der ganz normale Thorsten und ich bin so dankbar, dass du nicht zu so einem Tabletten-Zombie geworden bist, weil das kann ja auch gut passieren oder so, aber dass du so ganz normal deine Tabletten nimmst und ja, ein schönes Leben hast und das fand ich irgendwie so ganz nice, wie sie das so empfand. Ja, für jeden Menschen natürlich und ich habe ein Ziel, sich da einzuzentrieren in der Mitte und von diesen ganz großen Ausschlägen, die man ja auch oft in jungen Jahren erfährt, wegzukommen und dann eben mehr in der Rezeption. Noch eine ganz wichtige Message, die ich eh mal loswerden muss, die ich jetzt gar nicht so thematisiert habe, bislang, was mir aber noch jetzt gerade als sieben heiß eingefangen ist. Genau, also ich habe ja das letzte Mal am 4. Februar 2014 Alkohol getrunken, als die Freunde mit Kuchen und Champagner und Pappbechern in der Eingangshalle mit mir Geburtstag feierten und ich konsumiere tatsächlich seitdem Zero-Alkohol, gar nichts. Keine Champagnetrüppel, keine Morscherie, keine Tiramisu, keine Schwarzwälder Kirschtorte, keine Biersoße, kein gar nichts. 0,0000 Alkohol und halte das auch für den Game Changer, gerade bei psychischen Erkrankungen. Weil Alkohol, zum Beispiel bei einer bipolaren Störung, ist ganz brisant gefährlich, ganz schlimm, weil Alkohol hat drei große Neins bei einer bipolaren Störung. Einmal drückt es einen runter in die Depression, es kann einen aber genauso gut auch hoch in die Manie schießen und was am allerschlimmsten ist, dass Alkohol in den Wirkungsmechanismus der Stimmung stabilisierenden Medikamente eingreift, die nicht so wirken, wie sie sollen. Deswegen sollte man tun, dies gar keinen Alkohol konsumieren. Da hat ein Patientenstamm, gründet aus meiner Zeit damals in der Psychiatrie, wir treffen uns einmal im Monat. Das Schöne ist, jemand von außen will nie denken, dass wir uns alle in der Psychiatrie kennengelernt haben, weil wir eine sehr mutterer, fröhliche Runde sind. Aber da gibt es schon auch den einen oder die anderen, die immer mal wieder Alkohol trinken, ach das eine Glas Wein und die zu mir ist, aber das sind auch Alkohol, die da nicht ständig wieder in der Psychiatrie sind. Also Alkohol und psychische Medikamente verträgt sich gar nicht und dann möchte ich zumindest mal auch noch loswerden, Alkohol und HIV-Medikamente oder Alkohol und PrEP ist auch schwierig. Also ich bin 43, ich habe Frau Dr. Herking, da war es bei der ersten HIV-Utersuchung, die Sparte von wenn sie Medikamente können sie unabhängen. Ich habe gesagt, 88 Unterjahre würden mir weichen, aber die hätte ich auch gerne. Und da muss man ja auch überlegen, solche Medikamente können in der Langzeitwirkung auf Leber und Niere gehen. Und worauf geht Alkohol? Ja, ist auch schwierig, aber ich habe keinen Erziehungsauftrag. Jeder Mensch muss das selbst abwägen, denn der eine Mensch möchte 60 Jahre im Bergheim feiern gehen, das ist sein Lebenstraum, und der nächste möchte mit 80 noch einen Halbmarathon laufen und ist jeden Tag eine halbe Scheibe Kneckebrot. Also da hat ja jeder eine andere Vorstellung von seinem Leben. Aber schwierig ist das schon, mit solchen Medikamenten Alkohol zu konsumieren. Kommst du jetzt von uns alkoholfrei in dein Leben? Gute Überleitung! Ganz herzlichen Dank. Danke schön, danke schön. Sehr schön. Danke nochmal. Ich danke. Und ich wünsche Ihnen, euch noch einen schönen Abend, schönes Wochenende. Danke fürs Interesse an der Veranstaltung. Wir freuen uns auch wieder auch bei kommenden Veranstaltungen in der Prävention auf euer Kommen, auf euer Interesse. Und ja. Und wer ein Buch erwerben möchte, kommt. Ich habe einen Füller dabei zum Signieren. Das ist aber kein Zwang. Aber vielleicht interessiert den einen oder anderen, was zwischen den Kapiteln noch passiert. Das hat gesagt. Dankeschön. Schöne Mal. Ich danke. 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 Danke.